Becketts Tagebuch November 2026 Aufnahme beginnt. Becket, du bist Florian Draganitsch und warst Gull von Ljetschnik. Florian, das ist wahr. Becket, was kannst du mir was Ende deines früheren Herren sagen? Fremde Stimme, du darfst Auskunft geben. Florian, vier Blutsverwandte suchten uns auf mit einer Bitte des Prinzen an Ljetschnik. Er nahm diese Bitte an und sie brachten einen Ljetschnam sofort und einen weiteren Ljetschnam im Verlauf der Nacht. Beide suchte er in den folgenden Nächten intensiv. Am Ende der zweiten Nacht verließ er sein Behandlungszimmer nicht mehr. In der dritten Nacht zwangen mich die Blutsverwandten sie einzulassen. Sie fanden ihn vernichtet vor. Becket, beschreib mir seine Überreste. Florian, es wirkt als wäre er... ...eingeschlafen. Ich habe ihn noch nie zuvor so gesehen, selbst wenn ihn der Morgen in seinem Behandlungszimmer überrascht hat. Sie haben daraufhin das Haus durchsucht, aber einen Eindruck nach nicht gefunden, was sie gesucht haben. Becket, weißt du, was danach passiert ist? Florian, man sagt, sie wurde unter Hausarrest gestellt. Ich würde daraufhin an... Fremde Stimme, der Gefallen ist damit beglichen. Becket, was in der folgenden Nacht geschah, ist euch nicht bekannt. Fremde Stimme, nicht mehr als alle wissen. Ende der Aufnahme. Disclaimer. Das nachfolgende Rollenspiel richtet sich an Erwachsenen. Es kann Darstellung und Beschreibung von Gewalt und Sexualität enthalten. Musik Musik Ja, du schlägst nach ihr, setzt aber dabei den letzten Fuß gerade so nicht hoch genug an der Treppe, du stolperst und fällst quasi auf die Knie, schlägst Wagen nach ihr und jetzt müssen wir nur einen Schritt zurück machen, um aus der Reichweite zu sein. Hallihallo! Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu unserer Vampire-Runde. Wir sind heute in der neunten Session bereits, allerdings in Kapitel 1.3 und die Folge heißt heute Ungebetener Besuch. Die, die die letzte Folge gesehen haben, werden schon mitbekommen haben, da flog die Tür und jemand wollte uns nicht direkt so begrüßen oder anklopfen. Ja, ich begrüße natürlich auch ein paar Mitspieler und unseren Storyteller. Ich gehe einmal im Uhrzeigersinn durch. Und zwar hätten wir da die liebe Isa als Elodie Couture. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Außerdem der, wo ist er? Julian als Stefano Giovanni. Miaui. Und der Madom als Ilja Soric. Ahoi zusammen. Und natürlich mit dabei, wer kennt ihn nicht, der Verfasser der ganzen Chronik, Atta als Storyteller. Guten Abend, guten Abend. So. Du stößt als erstes. Herzlichen Glückwunsch. An der Stelle übergebe ich dann auch an Atta. Okay. Und damit kehren wir zurück in das Jahr 2018. Das war in den Winter 2018. Es ist die Nacht vom 7. auf den 8. Dezember. Ein Samstagabend, eine Samstagnacht, Sonntagnacht. Das ist ja immer so ein bisschen verschwimmend. Und bevor wir ins In-Player einsteigen, ein kurzer Hinweis. Das habe ich letztes Jahr schon vergessen. Nach dem Fund des Doktors dürfte ich alle einen Punkt Willenskraft wieder gut schreiben, falls ihr nicht die volle Willenskraft aktuell habt. Also ich... Ja, ich weiß. Also bei Elodie hatte ich schon, dass es nicht voll ist. Beim Rast weiß ich gar nicht, ob die schon welche verbraucht haben. Nein. Bis jetzt nicht. Holen wir die Situation uns in meinem Kopf. Stefan war auf dem Weg zur Hintertür, weil euch Tony, dein Google-persönlicher Assistent und der Verwalter eures Elysiums... Der Verwalter ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Der irgendwas zwischen Hausmeister und Verwalter. Nur halt nicht gegenüber Vampiren, sondern nur gegenüber den menschlichen Bediensteten, die hier arbeiten müssen, damit das Ganze auf Form angebracht wird. festgestellt hat, dass in der Kamera sich bewegende Schatten zu bemerken waren, die ihr aufgestellt habt. Was nicht vollkommen normal wirkte. Ähm, die anderen drei haben sie im Hintergrund auch bereit gemacht. Äh, ich weiß, dass Elia seine, äh, sein Schärfschützengewehr aus dem Koffer geholt und zusammengebaut hat. Ich glaube auch, ähm, Katharina hatte ihre Waffe gezogen. Äh, als die... Ich hab mir auch ein Messer genommen, also ich... Mhm. Ja, im Prinzip, ich hab aber eigentlich auch noch eine Pistole. Aber die hab ich in der Tasche. Okay, also das Messer hast du in der Hand, das ist die Pistole in der Tasche. Okay. Dann, ähm... Ich hatte meinen Schlagring ja griffbereit. Ja, genau. Du warst, die Schlagringe gehe ich davon aus, dass du sie quasi auf den Fingern hast, sodass du sie entweder mit oder ohne rausziehen kannst aus den Taschen. Das wird ja kein ungewöhnlicher... Dann muss Stefano fragen, ob du auch Schlagringe kriegst. Dann muss Stefano fragen, ob du auch Schlagringe von ihm kriegst. Das ist doch die beste Lösung. Oder du nimmst einfach seine, wenn er jetzt sterben sollte. Der muss mir einfach welche besorgen. Oder ich komm als Nachtalp zurück und, äh, such euch alle heim. Oh, Stefano, sind es Verstärkte... Äh, gerade... Das geht nicht. Er ist weit weg von uns, ich weiß. Äh, äh... Ich hab nix gesagt. Legendary, Legendary, wie auch immer, äh, für wen ist der WC? Für die Spielenden oder für mich? Ich vermute mal, ich kenn die Antwort, aber ich frage das vormale trotzdem. Ja. Ihr halt einen, einen Bonus-WC in einer Blutspende erhalten. Da kommt Jero wieder mit seinen Ultras. Ja. Äh, nee, aber als Stefano grafen Weg zur Hintertür war, flogt ihr euch entgegen. Oh. Und im... So halb in der Dunkelheit konntet ihr noch eine bullige Gestalt erkennen, bevor wir ausgeblendet haben. Äh, was ist denn eure erste Reaktion, wenn diese Tür aus den Angeln fliegt? Oder gibt's noch Fragen vorher gerade? Von meiner Seite aus nicht. Ich, ich, ich geh jetzt auch mal stark davon aus, egal, ob wir jetzt Initiative würfeln oder nicht, aber den Gegner sehen wir ja so erstmal nicht, oder den Gast. Ja, wenn die Tür nämlich immer näher kommt, ist ja auch entsprechend... Nein, also die Tür wurde aus dem Angeln gebrochen und der ist quasi schon mit einem Fuß auf der Tür. Die ist quasi noch innen gekippt und gerückt worden. Okay. Ihr seht... Ich dachte, sie flog ihm wirklich entgegen. Nein, nein, also flog entgegen im Sinne von, so wie eine Tür halt fliegt, also ein Stück und dann knallt die auf den Boden. Ah, so. Die liegt jetzt wahrscheinlich so, keine Ahnung, 15, 20 Zentimeter vom Rahmen entfernt, nachdem sie aufgeprallt ist. Äh, und das dürfte wahrscheinlich auch so, die Tür dürfte so ungefähr vielleicht noch die Distanz sein, die zwischen Stefano und dieser Gestalt liegt. Weg, was ist eure erste Reaktion? Kurze Frage, Elodie, du hattest dich verdunkelt, ne? Ja. Kannst du auch. Oh. Meine erste Reaktion ist, ich schmeiß mich auf den Boden und fang an zu zielen. Okay. Ähm. Du kannst doch, wenn du möchtest, eher sowas wie eine Deckung benutzen. Wenn du ja irgendwelche Möbel da haben, Tische oder sowas. Sagen irgendwas. Wenn du quasi so eine Hocke bist. Ja, ich stelle mich auch dann erstmal hinter ein. Eine Tür. Eine Vase. Eine Möbelstück. Also ihr könnt natürlich auch quasi seitlich gehen, sodass ihr quasi hinter diesem Zugang zu der Hintertür seid. Weil es ja ein Flur, der ein Stück weit durchführt zum Hauptraum noch. Das, was früher der Speisesaal war. Ähm. Ja. Sodass du quasi von der Tür nicht zu sehen bist, aber dann kannst du dich natürlich auch nicht mal einsehen. Du kannst dich aber auch einfach hinter einem Tisch in Sicherheit bringen. Oder eine Säule. Säule? Ja, also schon, dass ich ums Eck gucken könnte, was vor sich geht, aber dass ich nicht sofort frontal da vor wem auch immer stehe. Ähm. Und Stefano, was ist deine erste Reaktion? Ich hoffe, du bist gut versichert. Okay, ähm, dann, äh, zu eurer aller völligen Überraschung, würde ich direkt an dieser Stelle schon mal in die Initiative gehen. Oh. Und das ist unsere erste Initiative. Das heißt, ich brauche von euch allen einmal eine Probe auf, ähm, Geschick und Geistgeschärf. Das ist beides Attribute, das ist eine, über das eigene Probe. Ach so, ich werde drei Blutspunkte ausgeben, um Geschick aufs Ding zu sparen. Naja, statt drei darfst du, äh, drei darfst du dann quasi im Laufe dieser Runde steigern. Zwei Blutspunkte würde ich euch zugestehen, weil eure Charaktere wissen, dass ihr vielleicht nicht... Ich wollte noch sagen, wie viele Blutspunkte hast du? Zehn. Genau, ihr könnt von mir aus jetzt noch rückblickend zwei Blutspunkte einsetzen, um körperliche Attribute zu strengen, wenn ihr das wollt. Das müsst ihr aber auch nicht. Ab jetzt gilt dann, seid ihr im Kampf, das heißt, ihr könnt pro Runde nur einen Blutspunkt einsetzen, egal für was ihr ihn einsetzt. Also ihr könnt damit zum Beispiel heilen, ihr könnt eure Attribute steigern, ihr könnt Disziplinen einsetzen. Aber maximal einen Blutspunkt pro Runde. Ich würde tatsächlich einen einsetzen. Ähm... Ich gucke mal gerade noch, ob es Sinn macht. Geschick plus Geistesschärfe, ne? Und genau, danach brauche ich einen Wurfgeschick plus Geistesschärfe. Ja, ich setze auch einen Blutspunkt ein, um... Ähm... Elodie sagt schon, wenn du Geschwindigkeit einsetzt und das im Anfang der Runde festsetzt, äh, dann kriegst du... Wow, warum habe ich das nicht irgendwann anders gewürfelt? Aua, da werden ja immer mehr Würfel. What the fuck? Krankascher. Ja, okay, ich habe keinen Zweifel daran, dass Elodie anfängt. Dann würde ich das gerne immer machen. Ähm... Das heißt, wir könnten jetzt noch Blutspunkte sozusagen rückgültend einsetzen... Also, eure Charaktere haben das quasi gemacht, nachdem ihr von dem Ghoul gewarnt wurdet. Eure Charaktere sind ja dessen sich bewusst. Ihr als Spielende habt damit noch keine Erfahrung. Wow. Äh, deswegen würde ich euch zugestehen, dass sie jetzt nochmal rückläufig, äh, Blutspunkte investieren, im Attribut zu steigern. Ich weiß schon mal, wer letzter ist. Ist der, äh, ist das Attribut temporär oder nur für diese Runde oder nur für den Inszenativbuch? Äh, für die Szene. Für die ganze Szene. Vampire spielt ja viele Szenen und die Szene geht quasi bis, also im Endeffekt in diesem Fall, bis quasi der Konflikt beendet ist. Also der Kampf plus eventuell Nachbesprechung oder sowas, also was passiert direkt im Anschluss. Ja, aber sobald quasi ein, ein, vielleicht sobald im Theater neue Szene stünde, wäre das Ding. Mhm. Huch, warum hast du mal zwei Würfel nachgewürfelt, Nero? Das ist aber geil, so Schärfer. Achso, du kannst das eine, also du kannst das in Zukunft auch als eine Probe würfeln. Achso. Dann hast du ja gar nicht nur null. Nein, nein, eine Probe gemeinsam. Achso, ich hab's anders verstanden. Ja, ja, ich hab dir das jetzt. Bei mir sind es auch zwei, ne? Ja, genau, Elia hat zwei und Katharina hat zwei. Wie ist das? Geht's dann nach höherem Basispool oder ist das egal? Also da ihr beide Spielende seid, Mase gilt danach, wer die höhere Geistenschärfe hat. Hätte ich jetzt drei, wie sieht's da bei dir aus, Julie? Geistenschärfe hab ich nur zwei. Ich hab jetzt temporär nochmal einen Blutzpunkt für Geschick eingesetzt. Damit ich ein Geschick drei hab wenigstens. Entschuldigung. Ich bin noch nicht hier, um zu kämpfen. Ja. Wurde ich aber nicht gefragt. Leben ist manchmal egal. Alter, was würfe ich hier für ein Crap zusammen? Wärst du nicht wieder auferstanden, dann hättest du auch keine Probleme. Wurde ich gefragt. Wurde ich gefragt. Es ist, also es ist einfach ein bisschen schade, dass ihr nicht seht, was hier gerade würfe, weil so der kleinste Pool hat den größten Wert und der größte Pool hat den kleinsten Wert. Das kenne ich hier irgendwo, ja. Moment, ich muss mir das nur kurz übertragen, damit ich das auch gleich richtig beachte. Was hat ihr als Geistenschärfe? Ich zwei. Drei. Du, Elodie, du musst, also so viel hat keiner gewürfelt. Entschuldigung. Ich hab verstanden, jeder. Entschuldigung. Nee. Und ich brauche noch die von Stefano tatsächlich. Wie viele Abfolge oder... Geistenschärfe. Nein, nein. Wie viel, weil dein Wert in Geistenschärfe beträgt? Wow. Geistenschärfe zwei. Ähm... Okay, also, ähm, was, zumindest was noch als Information für euch, diese wuchtige Gestalt kommt jetzt zumindest weit ins Licht, dass ihr erkennen könnt, dass es sich um... Also es ist ein Mensch, das steht nicht unbedingt in Frage, aber er wirkt, als wäre er verwachsen. Also der Kopf ist enger an den Schultern dran, das Ganze wirkt da hinten auch sehr massiv. Äh, der Körper ist sehr muskelbepackt und wirkt so ein bisschen unförmig im Brustkorbbereich. So Brustkorb-Bauch, das wirkt alles ein bisschen tonnenförmig. Äh, und anfangen darf Elodie. Tonnenförmig? Ja. Aber mehr seht ihr auch in diesem Moment noch nicht. Als diese Gestalt. Wir wissen auch nicht, ob da noch mehr Gestalten sind. Ähm... Oder war es definitiv nur ein? Du kannst natürlich versuchen, ähm... Äh, genau, bei dir wäre erstmal die Frage, machst du deine Aus-Pack-Szene an? Ja. Dann, ähm... Du kannst prinzipiell natürlich versuchen, vorbeizuschauen oder zu horchen, ob du was hören kannst. Äh, und deine Aktion quasi jetzt erstmal mit deinem... Quasi mit der Sinsenscher-Probe verbringen. Oder du bewahrst deine Aktion auf und wartest, bis die agiert haben, dann... Also es ist halt gamistisch so, dass du dann weißt, was passiert. Ich werde meine Aktion aufbewahren. Okay. Dann ist als nächstes in der Reihe exakt die Gestalten der Tür. Und die fängt einfach an, loszurennen auf Serfano zu. Und möchte dich offensichtlich mit voller Wucht umrennen. Ich würde dir... Also, sie versucht dich wirklich nur umzuteckeln, ist aber aber nicht so erfolgreich. Äh, du kannst dir jetzt überlegen, ob du dich verteidigen möchtest. Das sieht nicht von deinem Pool ab. Das wäre in diesem Fall eine Probe auf Körperkraft und Sportlichkeit. Ähm... Du musst nicht deinem vollen Pool einsetzen, es kommt nur ein Erfolg durch. Äh... Du kannst aber auch einfach akzeptieren, dann wird sie sich wahrscheinlich ein Stück zurückwerfen, aber jetzt wahrscheinlich nicht vom Boden werfen oder so. So, das ziehe ich jetzt von der Körperkraft- und Sportlichkeit-Pool dann ab. Ja, du kannst jetzt überlegen, du hast ja einen Pool von sieben Würfeln für Körperkraft plus Sportlichkeit. Und du kannst das jetzt entweder splitten. Du kannst das voll reinsetzen und quasi gegendrücken. Wenn du sehr viele Erfolge hast, würde ich sogar zugestehen, dass du quasi ihn dann quasi wirklich wegstößt und wieder zurück in den Gang wirfst. Ähm... Oder du kannst sagen, ja, du steckst das ein, dass du quasi einfach nur passiv im Weg stehst. Du wirst also wahrscheinlich... Du wirst nicht dann einfach durch den Raum geschmissen werden. Ähm... Aber du wirst auf jeden Fall ein Stück zurückgedrängt werden. Und dann kannst du halt zurückschlagen, wenn du dran bist. Mhm. Ähm... Dann würde ich... Hm. Ich nehme mal fünf Verteidigungen. Er hat einen Erfolg. Das heißt, du hast statistisch mit drei Würfeln, du kannst in der Regel, wirst du ihn in der Regel schlagen. Aber es ist halt, je mehr du nimmst, desto sicherer. Äh, kriege ich da noch den Bonuswurf von meiner Fähigkeit eigentlich? Äh... Oder ist das nur beim Angriff? Was ist denn deine Fähigkeit? Zumal, mit welcher redest du? Ja, das war, glaube ich, Schläger, ne? Naja, die Schläger ist nur ein... Vielleicht nur das Einschichtern, wenn du körperlich... Äh, wenn der andere nicht überlegen hat, zeigt, dass der körperlich überlegen ist. Oder war das... Bei was war das? Auf das Eintreten und Handgemenge ist Schläge spezialisierung. Das heißt, da hast du jeweils keine. Okay, gut. Jetzt gebe ich... Ja, dann... Ja, ich... Drei, vier... Ach, ich bleib einmal vier. Mhm. Ich kann mal einen Würfel Glück. Vier gegen... Äh, ganz normal gegen Sechsen. Im Kampf kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es immer Sechstes sein ist, ihr sagt was Spezifisches an oder macht irgendwas Außergewöhnliches. Okay. Das ist ein Patzer. Das heißt, bei dem Versuch... Also, kennst du deine Würfel Glück, die wir vornehmen sollen. Weil du wirklich kennst. Doch du das, doch du das. Ja, bei dem Versuch, dich quasi ihm entgegenzuwerfen, rutschst du beim Abstoßen weg und bist damit quasi so halb in der Schwebe, als er dich gerammt. Und halt wirklich, du reißt dich so drei, vier Meter mit, bis ihr quasi im Hauptraum, also im ehemaligen Speisesaal, eurem Hauptraum des Elysiums ankommt. Du fliegst ein Stück zurück, du landest jetzt quasi auf dem Rücken und diese wuchtige Gestalt steht mitten im Raum. Ähm, Elodie, du kannst gerne mal nebenbei, während wir weitermachen in der Reihenfolge, also du musst übrigens mal sagen, wenn du dran sein möchtest, weil du ja aufgespart hast, eine Probe auf Geistenschärfe und Okkultismuswürfel gegen sieben. Geistenschärfe und Okkultismuswürfel. Das ist offensichtlich etwas oder jemand ist, der auch, wie du die Schatten beherrschst und diese gerade wahrscheinlich in den Schatten, also möglicherweise selbst in den Schatten sich bewegt, aber die Schatten schieben sich so gerade durch den Flur vor in einer Weise, wie Schatten das nicht tun können sollten, weil sie sich eben selbstständig bewegen und offensichtlich nicht auf Lichtquellen und deren Abwesenheit angewiesen sind. Es ist auf jeden Fall die für zwei Deine Disziplinen, das erkennst du. Äh, Elodie, das, was du hast, ist offensichtlich, also für dich, also, es ist nicht die Slachta, wie du sie kennst. Es ist eine einfache Form, ein Mensch, der weniger manipuliert wurde, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Slachta. Das ist mir schon. Das hatte ich schon. Ähm, ja, ich vermute, dass du es dir selber denken kannst, allerdings dachte ich, äh, zur Sicherheit. Katharina ist als nächstes dran. Oder Elia. Ich glaube, Elia hatte die höhere. Elia hatte die höhere. Da ist die Schärfe. Ja, Entschuldigung. Du hast freie Schussbahn auf den Slachta, du kannst natürlich auch in die Dunkelheit dahinter schießen, aber du siehst in den Schatten auch erstmal nichts, sie sind undurchdringlich. Weil es nicht deine sind. Also. Du könntest meinetwegen versuchen, die Schatten quasi zu übernehmen. Ähm. Cool, mach das. Und dich damit bekämpfen. Aber. Ich bin zu bequester. Das wäre quasi deine. Keine Offizierdring. Ja, im ersten Moment, äh, sehe ich natürlich dann aber trotzdem, dass Stefano da ordentlich einen mitbekommt. Und das vielleicht auch, äh, größer als gewollt. Von daher würde ich jetzt erstmal auf den Gegner, den ich auch sehen kann, schießen. Mhm. Dann darfst du gerne eine Schusspull machen. Die Frage war, bei Zielen fällt da irgendwas noch dazu, du hattest gesagt, mit Fernrohr plus drei steht hier. Ja, aber fürs Ziel musst du eine Aktion fürs Ziel nehmen, das könntest du auch jetzt tun, aber dann kannst du ja als nächste Aktion schießen. Mhm. Ne, dann, äh, ganz normal, ich glaub die Reichweite spielt hier keine Rolle, ne? Äh, du bist, äh, ja, ich würde davon ausgehen, dass du im normalen Reichweitenbereich bist, weil du wahrscheinlich eher weiter weg von dem Eingang passiert hast, als direkt dran. Also schießt du wahrscheinlich auf unter zwei Meter. Dann darfst du gerne mal schießen. Geschick und Schusswaffen, äh, mit einem Pool von jetzt acht. So excited. Ähm, plus... Schauen wir mal. Nö, ist nicht relevant. Ach, du großer Gott. Oh, ein Erfolg. Ja, aber dein Glück ist ja, dass die, dass die Gestalt ihrer Aktion schon komplett verbrannt hat, das heißt, es gibt nicht mehr die Chance in Deckung zu hechten für sie. Das heißt, du darfst deinen Schaden würfeln und bei Schusswaffen ist das dein, der Schadenswert der Waffe. Den hast du, glaub ich, hoffe ich. Ja. Das heißt, acht plus ein Nettoerfolg, das heißt, du hast neun Schadenswürfel. Ähm, da würfelte man nochmal gegen was. Ganz normal gegen sechs. Du musst hier bloß jetzt, äh, das hab ich anders, das hat einen anderen Code. Das ist das Makro, äh, Damage und dann die Zahl. Äh, DMG und dann die Zahl. Weil da werden Einsen nicht abgezogen und Zehn nicht nachgewürfelt. Genau wie bei Widerstandsproben. Ja, sieht doch schön jetzt besser aus. Äh, du hast aber... Hoch. Ähm, sind da Einsen abgezogen worden? Nee, oder? Die werden nur rot markiert, okay. Die werden nur rot markiert. Die Zehn zählen auch nicht, ne? Ist egal. Ja, genau, das ist ganz normale Zehn dann quasi. Ähm, ja. Ja, ähm, ich hätte gerne von Elodir ein Probe auf Geistenschärfe und, äh, Aufmerksamkeit. Ja, ähm... Genau. Es knallt für dich ohrenbetäubend, als ein Scharfschützengewehr auf kurzes Tanz abgefeuert wird, in deine geschärften Sinnereien. Oh. Du bist für den Moment vollkommen desorientiert. Äh, du verlierst diese Runde auch deine Aktion. Und in der nächsten Runde agierst du auf mit minus zwei Würfeln für alles. Oh, wow. Okay. Ja, super. Das pflegt ja geradezu unsere Beziehung zueinander. Ja, aber es passt auch, dass Elodie nicht mit dem, äh, so sehr mit dem Schusswaffengeräuf gerechnet hat. Wobei sie ja auch schon mit Schusswaffen groß geworden ist. Äh, jetzt habe ich mal Katharina an der Reihe. Ähm, die ist ein wenig perplex, ob des Ganzen, was da, äh, rangekommen ist. Und jetzt holt sie doch, äh, ihre Pistole aus der Tasche. Dann, äh, kannst du meinetwegen diese Runde noch schießen? Ich würde dir aber zwei Würfel abziehen. Dafür, dass du sie noch ziehst, die Waffe. Okay. Weil du sie breit gemacht hast, ist nicht so aufwendig, aber du kannst theoretisch noch schießen. Ja, auch du kannst in die Dunkelheit schießen oder schießt auch auf diese bullige, massige Gestalt. Ist sowas wie Reden eigentlich parallel immer zur Aktion erlaubt? Das könnt ihr parallel immer tun. Das sehe ich nicht eng. Also, das ist keine Vorträge. Okay, dann hätte ich noch darüber informiert, dass die Leute den Schatten nicht zu nah kommen sollten, wenn es möglich ist. Ja, du kannst es auch einfach eins, also, so wie du es sagen würdest, sagen. Halt nicht zu lang. Ja. Das hätte ich vor, äh, vor oder nach dem Schuss, ich denke mal vor dem Schuss noch geschrieben. Zu allen Anwesenden, ich glaube mal, die hören das auch alle von daher. Achtet auf die Schatten im Hintergrund, kommt denen nicht zu nah. Ach, ich versuche mich folglich dessen auch ein bisschen an Ilja zu orientieren, da er in Richtung der bulligen Masse geschossen hat und ich gerade so die Pistole ziehe, schieße ich auch einfach in Richtung des Dinges. Ach, das ist das, was du gerade schon sehen könntest. Genau, das ist überhaupt etwas, was ich überhaupt so jetzt noch machen kann. Gegen was schieße ich denn? Weil ich habe ja zwei Würfel gegen sechs, ne? Ganz normal dann. Ganz normal gegen sechs. Du brauchst einen Erfolg uns zu treffen, wenn du ihn nicht treffst, dann schießt du halt irgendwo daneben. Wenn du triffst, dann, äh, das ist ein Success. Das heißt, du darfst jetzt mit dem einen Nettoerfolg, den du hast, weil er sich nach wie vor nicht verteidigen darf, und den vier Schaden der Pistole, also mit fünf Würfeln, also mit dem Code Hashtag DMG5, weil er, wie gesagt, keine Verteidigung hat, weil diese Runde ja versucht hat, also, nicht versucht hat, erfolgreichste Erfahrung weggetackt hat. Und das ist ein Los, weil ich ja vorhin unbedingt nochmal wünschen wollte. Also, diese Gestalt hat dich halt weggetackt, du landest Rückgratts auf dem Boden, blickst so halb hoch und siehst, wie erst ein Schuss aus Elias Scharfschätzung, wer irgendwo in der Schulter einschlägt, die Gestalt so halb herumreißt und ein zweiter Schuss von Katharina abgefeuert, die Gestalt wirklich vielleicht maximal eine halbe Sekunde später, so im Übergang-Hals-Kopf-Bereich trifft und die Gestalt plötzlich sehr schlaff wird und in sich zusammensackt und zu Boden geht. Und jetzt ist das dran und ist der Fahnes in der Reihe. Haben wir gerne gemacht, keine Ursache. Ich gehe mal davon aus, dass ich erstmal aufstehen werde. Ja, das ist also kein Problem, du hast jetzt kein Gehirn mehr vor dir. Da kommen nur so wabernde Schatten aus dem Gang heraus. Du hast schon das Gefühl, dass die versuchen, nach dir zu greifen, auch wenn sie noch ein Stück von dir entfernt sind. Genau, das ist das, was du gerade erkennen kannst. Viel mehr siehst du gerade nicht. Ja, gehört. Du kannst auch theoretisch noch weiter verzögern, bis die Kampfhunde zu Ende ist, dann sage ich dir Bescheid und dann noch handeln. Dann würde ich tatsächlich, ja dann genau, dann verzögere ich. Ich dachte, hier wäre fast zu Ende. Nee, hier ist auch fast zu Ende. Ihr hört auf jeden Fall jetzt schwere Schritte noch in dem Gang, die sich aber noch im Schatten halten. Sind auf jeden Fall massig und massiv. Könnte zu einer ähnlichen Körpermasse passen wie der Slachter, könnte aber sogar noch größer sein. Und das passiert auch. Das heißt, jetzt wäre die Kampfhunde zu Ende. Das heißt, du kannst jetzt noch entscheiden, ob du etwas tun möchtest. Du darfst aber gerne einmal eine Probe auf Wahrnehmung und Aufmerksamkeit überfüllen. Ja. Mal einen Gutachter anrufen für die Schadensberechnung. Stefan, der sucht jetzt mal die Versicherungspapiere. Ich weiß nicht, du wunderschöne raus. Vor allem bräuchst du erstmal einen Anwalt, der herausfindet, wer hier für den freilaufenden Slachter verantwortlich ist, weil der ist jetzt tot, der wird nicht mehr mit nichts mehr bezahlen. Na toll. Und Slachter haben selten Besitztümer, die man dafür verwenden könnte. Hm. Du meinst, ein Knarzt aus dem Obergeschoss zu hören. Und, weil dem entschießt dir ja auch durch den Kopf, dass du durchaus schon Erfahrung mit Angriffen des Sabbat hast und dass sie stinkt förmlich nach Sabbat. Äh, insbesondere halt, also, sowohl La Sombra als auch so urtümliche Wesen. Du hast vielleicht den Begriff Slachter wahrscheinlich nicht gehört, aber du weißt, dass die Zimiske gerne einmal, ganz gerne ihre Gule auf unnatürliche Art und Weise verformt, um sie kampfstärker zu machen. Ähm, uns würde dich überraschen, wenn sie nur frontal angreifen. Der Sabbat kommt oft eher wild und ungestüm rüber, aber dumm sind sie nicht. Du würdest fast davon ausgehen, dass die irgendwo noch einen zweiten Angriff starten. Die stinker, ey. Was wollen die von euch? Haltet die Augen ohne und offen. Hier sind auf jeden Fall noch mehr. Okay, was möchtest Stefan noch anfangen mit dieser Information? Ja. Haben wir denn einen direkten Durchgang oder einen Treppenaufgang hier in der Nähe bei uns? Ich gehe davon aus, dass ihr eine Treppe habt und ich würde vermuten, dass die, ähm, dass die quasi auch, äh, also in Nebenräumen, also in so einem anderen Nebengang runterkommt. Nicht zur Hintertür hinaus, aber seitlich gibt es eine Treppe, die quasi hochführt, wo früher theoretisch noch kleinere Festräume gewesen sind. Nicht da was denn in den Weg stellen zur Treppe? Du kannst, ich würde sagen, du kannst dir sicherlich einen Tisch schnappen oder sowas und den quasi davor hauen. Genau, das würde ich auch. Der liegt dann erstmal nur, du kannst theoretisch auch versuchen, was zu verkeilen, das wäre aber dann quasi eine nächste Runde. Ja, ich würde den erstmal da hinschmeißen. Alles klar, dann, äh, um das Schmeißen mal zu überprüfen, gib mir nochmal eine Probe auf Körperkraft und Sportlichkeit mit deinem restlichen Pool. Ich weiß nicht, wie viel davon noch übrig ist. Äh, vier habe ich benutzt. Moment, du hattest vier benutzt, dann hast du eh noch einen Würfel, dann vergisst du es mit den Würfeln, das machen wir ja nicht, dass wir bescheuert. Okay. Du hast ja immer noch eine Stärkendisziplin, das heißt also, du hast diesen Tisch, du stößt den quasi erstmal in die Richtung, in die Schlittenrichtung des Aufgangs und du kannst in der nächste Runde versuchen, ihn zu verkeilen. Du hast ja nicht von der Runde schon so viel eingesetzt. Dann sind wir mit der ersten Runde durch und starten die nächste Kampfrunde, das heißt, ihr dürft alle in dieser Kampfrunde wieder einen Blutspunkt einsetzen und mit Elodie. Oh, ich habe aber noch, habe ich jetzt eigentlich meine Runde gemacht sozusagen? Deine Runde wurde durch den Knall eines Scharfschützengewehrs abgebrochen. Ah, okay, das war das probably. Du hast auch noch zusätzlich gepatzt bei deiner Warmegesprobe, das heißt, du warst einfach komplett shell-shocked. Okay, also, wie groß ist denn der Raum da? Kann ich mich lieber... Das ist schon ein großzügiger... Das ist ein großzügiger Speisesaal, also du hast hier jeden, allen Platz, den du brauchst. Okay, dann hole ich die Deutsche raus und stelle mich auch gegen den Slachter. Der Slachter ist tot. Achso, dann... Oh nein, wir haben es dann gestorben und war auch häufig nicht mitbekommen. Erschossen von deinen beiden GefährtInnen. Ist halt obviest die gut dargestellt, dass ich... Also, was du weißt, du hörst nicht die Schritte um, weil du bist gerade... Also, dein Auspex ist jetzt dementsprechend aus. Und deine Ohren heilen immer noch wieder. Du hast immer so ein fieses Klitschen. Ja, aber gerade ist ja nur der Ding noch da, oder? Du hörst schwere Stritte aus dem Gang. Und du hast... Du siehst Schatten, die aus dem Gang hervorwarten, die sich nicht verhalten, wie Schatten sich verhalten sollten. Ja, okay, zu den Schatten gehe ich eher nicht. Dann warte ich auf. Da vorhatte ich auch gerade... Eben, du hast gesagt, vor am Schluss hast du gewarnt, oder? Ja, ich hatte gewarnt. Das heißt, das hast du noch gehört. Ich warte ab. Äh, okay. Dann, du musst mich unterbrechen, wenn du sagst, du möchtest handeln. Äh, dieser Schlachter ist aus dem Spiel. Ähm, ja. Und, ähm... Mit den Schatten... Also, die Schatten wabern in den Raum hinein. Und gehen quasi jetzt so ein Drittel in den Raum hinein. Ähm, bewegen sie also weiter nach vorne. Und dann ist Elia an der Reihe. Auch du darfst natürlich entscheiden, ob du abwarten oder handeln möchtest. Nachladen war keine Aktion oder sowas, ne? Ähm, du hast einen modernen Strafschützengewehr. Das heißt, du hast einen... Also, äh... Du schießt auf Abzug bis zu deiner Munition. Ich glaube, das sind 10 Schuss oder so. Du hast hier geschrieben Magazin 4 plus 1. Ah, Entschuldigung, das sind 5 Schuss, ja. Also, Schuss 1 heißt 1 ist im Lauf, 4 sind im Magazin. Das heißt, wenn die Waffe bereit ist, hast du 5 Schuss. Wenn du die Waffe gerade quasi auspackst, weil du hast jetzt gerade wahrscheinlich nur 4 Schuss, weil wahrscheinlich hast du keinen Schuss im Lauf gelassen, während es eingepackt war. Richtig. Dann hast du jetzt 4 Schuss. Der Gegner war schon vor uns dran, oder? Ähm, also, ja. Von der Handlungsreihenfolge her ist, äh... sind die derjenige, die die Schatten kontrolliert, vor euch dran. Sehen wir aber immer noch nicht. Ihr seht nur Schatten. Aber die Waffe inzwischen halt wirklich mehrere Schritte in den Raum hinein. Du kannst ja jetzt auch einfach verzögern, wenn du sagst, du weißt schon nicht, was du tun möchtest. Oder schlicht in den Schatten. Ich überlege gerade, was am meisten Sinn macht, aber ich verzögere erst mal. Hätte trotzdem schon gesagt, ähm... Aber auch wenn Elodia, glaube ich, immer noch verdunkelt ist, hätte ich einfach mal in den Raum reingeworfen. Elodie, versuch's von hinten! Ähm... Verzögerer. Katharina. Elia! Was sollen... Was sollen die damit machen? Was ist das? Und ich warte ab, weil... Das Ding, wo Elia hingeschossen hat, ich hab nachgeschossen, ist umgefallen. Fand ich ne ziemlich coole Taktik, also halte ich mich einfach an Elia. Gib ein Ziel vor! Ich bin kein Kampfmensch-Vampir-Ding. Okay, also verzögerst du auch. Ja, ich halte links mein Messer, meine Pistole und gucke auf Elia, was ich tun soll. Und ruf ihm zu. Elia, das Ziel! Jetzt für euch alle hörbar kommen massige Schritte die Treppe runter. Und dann ist Stefano an der Reihe. Regulär. Dann würde ich den Tisch vorkeilen. Okay, dann hätte ich gerne von dir eine Probe auf... Äh... Also auf jeden Fall Körperkraft und Handwehr. Das heißt, weil das ne Fertigkeit ist, würfst du mit einem Würfel weniger, äh, weil du die Fertigkeit nicht hast. Mhm, also vier. Ja. Ja, also er hält zumindest. Er wird auch einen Aufprasch mal abfangen, aber wahrscheinlich hätte er nicht lange. So wie du ihn da hinbekommen hast, bist du nicht ganz zufrieden. Wenn du mehr Zeit hättest, wird es wahrscheinlich stabiler aussehen. Aber es ist halt jetzt gerade wirklich in ein paar Sekunden zusammengefiegelt. Ähm, diese Gelegenheit nutzt eine massigere, also noch massigere Gestalt. Die ist auch... Also sie passt gerade noch so in den Raum hinein, um aus den Schatten hervorzustürmen, sich blitzartig zu orientieren und dann Richtung, ähm, Elia weiterzustürmen. Was vielleicht das... Also, ihr seid inzwischen gewohnt, Vampire zu treffen. Alle Vampire wirken auf gewisse Art und Weise tot. Daran habt ihr euch gewöhnt. Und auch das Lach da wirkt und auch irgendwie vorstellbar. Das Wesen, was da jetzt rausstürmt... Also, die hat noch zwei Pluspunkte ausgegeben. Sie hat ja zwei Runden gehabt, um ihre Körper auf den Kopf zu schmerzen. Ähm, was, äh, aus dieser Gestalt ist... Also, der Kopf geht flüssig in den Hals über. Da ist kein Hals, das ist quasi so ein fließender Übergang, der die Schultern, der Rücken, die Arme sind großteils mit kurzen und langen Dornen bewachsen. Das Gesicht ist noch vage zu erkennen, aber auch wesentlich massiver und unförmiger. Und auch die Fäuste sind von Knochendornen, die aus der Haut hervorspringen, äh, Springe kennzeichnet. Es sieht nicht aus wie ein Mensch. Und auch wenn es natürlich schon gelaufen ist, versucht es mit einem stark verringerten Pool noch nach Elia zu schlagen. Das wären zwei nette Erfolge im Angriff. Und du kannst entscheiden, ob dich verteidigen möchtest oder nicht. Oder halt eben den Pool splitten. Wie groß ist das Ding? Nur so, um es abzuschätzen? Grob zwei Meter. Also, der ist jetzt dann auch schon an mir nah dran. Gehe ich jetzt vor laufend. Der kommt im Nahkampf auf dich zu. Also, der schlägt mit seinen Fäusten nach dir. Das heißt, du kannst einfach versuchen, mit Geschick und Sportlichkeit auszuweichen, mit Geschick und Handgemengel abzuwehren. Wobei das im Anbetracht der Dorn an seinen Händen vielleicht nicht so angenehm ist. Oder du kannst einfach einstecken und versuchen, zurückzuschlagen. Nö. Ich weiche erst mal aus. Mhm. Der Blutspunkt, den wir am Anfang ausgegeben haben, galt ja nur für die erste Runde, oder? Ja, aber die Werterhöhung gilt für die komplette Szene. Das heißt, du behältst die jetzt gerade. Ganz theoretisch in dieser Runde noch einen Blutspunkt einsetzen, um zum Beispiel Disziplin auszulösen oder eben noch Werte zu steigern. Jede Runde ein Blutspunkt. Also, ich splitte den Pool. Mhm. Ähm. Würde versuchen, entsprechend mit vier Würfeln zu verteidigen. Mhm. Würde aber den fünften nehmen, den wir noch übrig haben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Mhm. Du musst die Blutsspende, klar. Also verteidigst mit fünf Würfeln und hast dann noch drei übrig in deinem Pool. Äh. Plus den einen, den ich noch in Geschick gesteckt hatte. Ach so. Ja, schön. Ja. Dann äh, entsprechend, ja. Dann hast du einen Gesamtpool von acht, also neun jetzt gerade, davon hältst du fünf ein, behältst also vier übrig. Also gegen sechs standardmäßig verteidigen. Ja, ganz normal, das ist probably gegen sechs. Alle Pummen laufen gegen sechs Seiten. Ich sage wirklich was anderes, das passiert aber nur, wenn ihr wirklich zielt oder derartiges. Das sieht doch solide aus. Ja. Ja, du springst, äh, also duckst dich runter, springst einen halben Schritt zurück und hast jetzt so ein zwei, zweieinhalb Meter Abstand zu dem Vieh oder dem Wesen, dem Mensch, dem Vampir, so hundertprozentig ist das alles so, keine Bezeichnung fühlt sich vollkommen richtig an. Ähm. Dass auch seine Zähne blackt, äh, die offensichtlich Vampirzähne sind und, äh, halt in die Luft hascht, wo du eben noch warst. Und jetzt wäre die Frage, da was Neues passiert ist, möchten Leute ihre Aktion nachholen? Sonst handel ich noch weiter in, äh, endst du es ab? Ich möchte den Vieh in den Rücken holen. Mit meinem Loch. Das kannst du tun. Mach ich. Was musst du tun? Dann würfest du ein Geschick, ein Wurf auf Geschick und, äh, machst du einen Angriff auf Geschick und, äh, Handgemenge. Oder Nahkampf. Bei Messern würde ich das offen lassen. Handgemenge. Also regeltechnisch ist Handgemenge offiziell wirklich nur waffenlos. Ich hande aber so ein bisschen freier, weil Handgemenge für mich auch so was wie so eine Messerschläge reiht. Also wenn es Ding wären, so wie, Neero, äh, Stefano hat ja Ding. Schlagringe sind auf jeden Fall Handgemenge. Die würde ich immer als Handgemenge abhandeln. Äh, was zum Beispiel auch ganz klar Nahkampf wäre, ist, wenn du ein Holla, die Waldfee, äh, wenn du jetzt ein Schwert hast oder sowas, alles, was, sag mal, länger als so wirklich so ein kurzes Ding ist, also alles, was länger als ein Messer ist oder vielleicht noch ein ganz kurzer Schlagstock ist kein Handgemenge mehr und selbst der Schlagstock ist wahrscheinlich eher angriff. Isa, wollen wir Würfel tauschen? Müsst du ja nur die Farben ändern. Ähm, das sind sechs Nettoerfolge, das heißt, du darfst deinen Schaden direkt auswürfeln, weil verteidigen kann sich das Wesen nicht. Äh, mehr, oder kann sich der Vampir nicht mehr. Ähm, das heißt, du würfelst mit einem Messer, das heißt, plus eins, plus deine, äh, Körperkraft, plus deine sechs Nettoerfolge, das sind deine Schadenswürfel. Fünf, plus sechs, plus vier. Elf. Wie gibt es Würfel? Äh, Hashtag DMG für Damage. Was mir mal Würfel nämlich auf einen Blick lesen kann, sonst muss ich langsam gucken. Und dann? Äh, dann die Anzahl deiner Würfel. Wenn du mehr als zehn hast, habe ich nicht weiter, weiß ich nicht, ob ich so viel gecodet habe. Moment. Doch, ich habe bis, ich habe bis 15 gecodet. Okay. Das sieht richtig aus. Ja, sechs Successes. Ja, ähm, du springst quasi hinter dem Vieh hoch und deckst das so im Nacken, diese Dornen alle so ein bisschen kürzer sind und rammst dein Messer wirklich mit beiden Händen mit voller Wucht in den Nacken hinein. Es gibt ein Aufheul, das auch irgendwo animalisch, kultural und gleichzeitig menschlich klingt. Und, ähm, du machst, richtest auf jeden Fall was an. Es ist natürlich wahrscheinlich, also bist du ziemlich sicher, dass das vor dir keins lacht da ist. Ähm. Aber, ähm, ja, du, dein Messer hast du vollkommen versenkt, reißt das quasi beim Rausspringen wieder auf. Du hast irgendwas im Wirbelsäulenbereich getroffen und auch wenn der Vampir relativ resistent gegen viele Schadensarten sind, das, äh, ist selbst für ein Vampir eine üble Verletzung geworden. Nicht lebensbedrohlich, aber durchaus, äh, übel, gerade dafür, dass es nur so ein kleines Messerchen war. Im Fall im Vergleich zu dieser riesigen Gestalt. Gut, gut. Dann, äh, Elia, Katharina, möchtet ihr eure Aktion nachholen? Äh, ja. Wenn ich sehe, dass das Ding Elia angreift oder in seine Richtung kriegt. Elia ist zuerst dran. Ja. Ja. Nur ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ich auf die Distanz eh nicht mehr viel mit dem Scharfschützengewehr gemacht habe, beziehungsweise es auch fallen lassen, um es dumm auszuweichen. Du kannst das meinetwegen halten. Du hast die Probe einmal frei geschafft. Also ich sehe da kein Problem. Du bist ein Vampir. Das heißt, du bist auch in einigen Dingen da, den Menschen überlegen. Ähm, und aus der Hüfte zu schießen auf eine so massige Gestalt, du wirst halt, also ich würde dir keinen Zielen erlauben oder sowas, aber du kannst aus der Hüfte schießen. Auf kurze Distanz, also gegen vier. Du hast die Aktion bewusst gesplittert, du bist halt ein Vampir. Deine Reflexe sind einfach menschlichen Überlegen. Deine Möglichkeiten. Dann schießen wir nochmal drauf. Also vier Pool gegen vier. 316, no scope. Was soll schon schief gehen? Sagt er und würfelt. Vier Erfolge. Ja, verteidigen darf es nicht mehr. Das heißt, du darfst direkt Schaden würfeln. Mit deinem Waffenschaden plus vier. Das hat dann vier Netto erfolgen. Zwölf. Okay. Acht. Holla. Äh, ja. Ja, du schießt aus der Hüfte und triffst das Vieh, also du reißt die Waffe so halb hoch, du ziehst schon eher so auf den Oberkörper, triffst das Vieh, aber wirklich so im Übergang Brust-Kopf-Bereich und es schlägt auf jeden Fall, die Kugel schlägt hinten durch den Hinterkopf, im unteren Nackenbereich, wieder hervor. Du hast auf jeden Fall irgendeinen Teil des Gehirns mitverletzt, bei den Menschen wäre es wahrscheinlich sofort tödlich, das Wesen taumelt und sackt zusammen. Ähm, in Anbetracht davon, dass es sich um ein Vampir handelt, bist du überrechterlich sicher, dass es noch nicht endgültig vernichtet ist, ansonsten wird es auch anfangen zu zerfallen. Äh, aber es ist zumindest für den Moment außer Gefecht gesetzt. Das heißt, Katharina ist an der Reihe. Ist mir egal, ich setze nach in dem Moment, wenn ich sehe, dass Ilja da drauf zielt und schießt, dass er gerade zur Seite gesprungen ist, ähm, setze ich nach und, äh... Dann darfst du auch gerne schießen. Schieße. Dann auch gegen vier oder gegen sechs? Du darfst dann gegen vier schießen. Äh. Ja, du bist auch unter vier Meter in der Reichweite. Huch. Hier habe ich zwei geschrieben. Unter vier Meter? Boah. Ja, ja. Wie zu nah das Vieh. Ja, soll ich Ilja versuchen zu hauen, du warst nicht weit davon weg. Genau. Aber nur um das jetzt abzuschätzen, also ich kann jetzt, äh, alle Punkte einfach in den Angriff nehmen, dann kann ich nicht mehr verteidigen, sofern da noch was kommen sollte. Ich würde sagen, falls noch etwas kommt, kannst du nicht verteidigen. Das ist genauso richtig. Das ist immer das Risiko, was wir eingehen. Entschuldigung. Aber dafür geht es halt immer nur um einen Erfolg, der halt quasi durchgeht. Oh. Also wäre es egal, ob da ein, oder, naja, egal. macht nichts. Ich habe jetzt einfach da drauf geschossen. Ja, ja. Du darfst, äh, das kann sich nicht verteidigen. Das heißt, du würfest mit deinen Nettoerfolgen plus den Waffenschaden, das müssten vier sein bei der Pistole. Also zehn. Zieh auf den Bogen mit zehn Würfeln. Schaden. Also, helfen tun die Erfolge ja nun auch. Mir ist auch gerade kurzzeitig aufgefallen, Atta, wäre gut, wenn du doch nochmal die 16 auch einfügst. Dankeschön. Das ist dann doch mal passieren. Ja, im Zweifel kann man einfach dann zwei miteinander würfeln. Oder so. Ich muss mal ganz kurz, da muss ich das später mal nachschauen. Finde ich dieses mit dem Kurzrange nicht mehr. Das ist auf jeden Fall gelesen. Das sind fünf, sechs, also du schießt auf einen regungslosen Körper. Das heißt, ähm, ja, der, das zuckt, aber, ähm, äh, wirklich Reaktion kriegst du nicht mehr. Es fängt immer noch nicht an zu zerfallen, aber es, das sieht schon recht übel aus, was damit passiert ist. Wollt ja nur sicher gehen. Ähm, vielleicht ein tolles Schuss. Ja, und, was bei, jetzt im Treppenabgang passiert ist, ist, dass, jemand offensichtlich auf der anderen Seite schießt. Auf den Tisch. Aber hinter diesem Tisch steht Stefano. Das heißt, du kriegst jetzt mögliche Treffer. Mhm. Äh, du hast keine Verteidigungsaktion mehr. Dementsprechend, äh, die Kugel kommt zwar durch und darfst jetzt einmal, jetzt dürft ihr euch auch mal, jetzt könnt ihr auch mal, wenn so was passieren, was ernst ist, darfst jetzt einmal würfeln auf Widerstandsfähigkeit. Ja. Zahnt sich im tödlichen Schaden, den könnt ihr als Vampire widerstehen. Das sind drei Schadenserfolge. Das heißt, du würfst, äh, das machst du auch mit dem Damagewurf, auch wenn es Widerstand ist. Mhm. Das heißt, du würfst deinen Widerstand, genauso viele Würfel hast du. Das ist auch nur Widerstand, es wird nicht zusammengesetzt, da keiner von euch Seelenstärke hat, die er dafür einsetzen kann. Und genau, jeder Erfolg negiert einen Schaden und der Rest des Schaden geht durch. Aha. Müssen wir erst in zwei Schadenserfolge, weil es natürlich eine stumpfe Schaden ist. Ach, ich hab ja auch beide geschossen. Das musst du auch noch berechnen, ihr habt ja auch halbierten Schaden. Das Vieh ist doch besser dran, Entschuldigung. Also, dann kurze Info, das Vieh war nach dem Schuss von Elia noch gar nicht am Boden. Gut, dass ich doch noch nachgesetzt hab. Ja, ja, warte mal, ich muss es gerade, ich hab gerade selber vergessen, dass natürlich, das ist ja auch ein Vampir, das heißt, das ist Stoßschaden von euren Schusswaffen. Das wären also vier, zwei, Entschuldigung, also Katharinas Schuss hat es zu Boden gestreckt. Es war eine fließe Bewegung, das kann man eh nicht sehen. Jaja, also es machte Knallknall und das Ding ging zu gut. Es geht besser als ich dachte, ich war gerade irgendwie schon ein bisschen, wie ist ein, Stefano, dein Resistenzwurf, also Hashtag DMG und dann die Anzahl deiner Widerstandswürfe. Ach so. DMG. Ja, also ich hab das, da es derselbe Probe ist, hab ich beides quasi, hab ich keinen separaten Code dafür gemacht. Äh, das ist, lustigerweise sind die Würfel, die angezeigt werden, fast ganz anderes, aber ja, wir nehmen die Würfel, die im Chat angezeigt werden, das heißt 8, eine 8, ein Erfolg, das heißt, du kriegst noch 2 Schadenspunkte, das trägst du jetzt rechts unten auf deinem Charakterbogen ein, da hast du die Gesundheitsstufen, das ist tödlicher Schaden, das ist das, also wenn du es digital machst, so sieht es ja aus, das X, du hast halt Stoßschaden, das ist der diagonale Strich, du hast tödlichen Schaden, das ist das X und du hast, ähm, schwer heilbaren Schaden, äh, Stoß und tödlicher Schaden sind später in einem Punkt relevant, aber im Normalfall ungefähr dasselbe, es ist relativ schnell zu heilen, wenn du Vampire, äh, das trägst du jetzt auf 2 Stufen ein, das heißt blaue Flecken und verletzt, was wichtig ist, da steht jetzt minus 1, das heißt, du hast für deine nächste Aktion ein Würfel weniger, bis du das geheilt hast, du kannst in jeder Runde, äh, Stoß oder tödlichen Schaden beim Blut heilen, du hast einen Blutspunkt pro Runde einsetzen, das heißt, du kannst auch einen Gesundheitsstufe heilen. Mhm. Was war das X, ne? Genau, X ist tödlicher Schaden, Schrägstrich ist Stoßschaden und S ist schwer heilbar. Okay, zweimal X quasi. Ja, okay. Genau. Äh, nee, Entschuldigung, es ist natürlich Stoßschaden, Entschuldigung, ich hab plötzlich gedacht, es ist ja ein Schusswaffe, es ist Stoßschaden, das heißt, du darfst dir bitte zweimal, zweimal den Strich eintragen, nicht X. Okay. und damit beginnen wir die Kampfrunde wieder mit Elodie. Ja, sehr gerne. Du bist übrigens nicht mehr verdunkelt. Dacht ich mir. Dann mach ich doch gleich nochmal Harakiri auf das Team. Nein, Elodie, tu's nicht. Das hässliche Vieh, das mir gleich bestimmt sehr viel wehtun. Ich werde es nochmal versuchen zu hauen. Wir schicken bloß Handgümmeln. Ja, da sich das Vieh nicht bewegt, gegen vier. Ach, vier sogar. Ja. Du musst nur ranstimmen, versuchen möglichst gut zu treffen. Ja. Das sind aber nur zwei Successes. Das heißt, weil das Vieh über und über mit Dorn bewährt ist, verletzt du dich daran. Und das wird dann deinen Schadenswurf machen. Zwei nette Erfolge plus eins vom Messer plus deine Körperkraft. Dieser hat ja jetzt das am Boden liegende Vieh versucht zu hauen. Äh, genau, ja, 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 den, den ihr niedergestreckt habt, versucht sie jetzt mit dem Messer noch abzustichen. Das sind drei Successes. Das heißt, wir gehen hier in, ähm, das heißt, wir sind bei sieben, aber jetzt muss ich mal ganz kurz in meinem Kopf was nachvollziehen. vier jetzt aufs Team. Ah, man, der hat erstmal einen Widerstandswurf natürlich trotzdem, auch wenn es am Boden liegt. Ähm, okay. Äh, und du darfst dich bitte selber einmal mit Widerstand gegen drei Successes werden. Das ist auch Damage-Code, also DMG und dann die Anzahl deiner Widerstandswürfel. Das ist gerade wie ein Schadenswurf, nur halt, also, kannst du genauso. Äh, Widerstandsfähigkeit, sagst du. Ich dachte, du wüsstest das noch. Nee, ich kann nur Widerstandsfähigkeit. Dann wirf mir deine Widerstandsfähigkeit mit dem Code Hashtag DMG. Das heißt, du nimmst dreimal äh, tödlichen Schaden. Weil du beim Versuch dem Messer, das Messer in dessen eine Haut zu bohren, abrutscht und deinen eigenen Unterarm in eine Dornetiv reinrammst. Tödlicher ist aber nur der normale. Das ist das X. Es gibt Stoß, tödlich, schwerhalber. Ist kein schwerhalberer Schaden, nein. Da gibt es nur sehr wenige Dinge, die das anrichten. Eigentlich gibt es doch tatsächlich, also an vampirischen Fähigkeiten fast ausschließlich die Krallen. Und jetzt ist ähm naja. Die Schatten breiten sich jetzt quasi fast in den ganzen Raum auf, aus. Das heißt, für alle, die sich, also ihr seid jetzt alle in den Schatten, ihr seid alle fast blind. Wie Schatten. Ähm, und eure Widerstandskraft ist so lange um zwei Punkte gesenkt, bis ihr die Schatten verlasst. Was? Wie krass. Was ihr auch merkt, ist, dass alle Geräusche bei euch herum dumpf sind und leiser. Fernkampf ist natürlich in den Schatten nicht möglich, weil ihr nicht seht, worauf ihr schießt. Ihr könnt nur wild in den Raum schießen. Ähm, aber das ist immer das, was mit euch passiert. Dann ist Elia an der Reihe. Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal. Kann ich dann in den Schatten noch Schatten wirken? Du kannst eigene Schatten wirken, dass im Endeffekt wird das darauf hinauslaufen, dass auch, also, das summiert sich nicht, eure Schatten. Jeder kann nur einmal von Schatten betroffen sein. Die einzige Person, die euch durch den Schatten betroffen ist, ist die Person, die die anderen Schatten wirkt. Genau wie du von deinen Schatten nicht betroffen bist, sind die von ihren Schatten nicht betroffen. was die Widerstandsenkung angeht. Sehen tust du auch in deinen Schatten nichts. Aber wir wissen immer noch nicht, woher die Schatten kommen. Naja, die Gestalt wird irgendwo in den Schatten sein. Davon gehst du fest ausgehend, aber Wie gesagt, ich würde auch offenstellen, dass du versuchst, dich mit ihr um die Macht über diese Schatten zu streiten. Wie sah denn dieser Treppenaufgang nochmal aus? Wie weit stehen wir davon entfernt? Also, in meiner Vorstellung, wie gesagt, ich werde ja auch bei Vampire fast ausschließlich ohne Battlemaps arbeiten, ihr seid ungefähr in der Mitte des Raumes. Das heißt, du, Katharina, der, äh, dieser, dieses Vampirwesen und Elodie relativ nah beieinander. Du bist ja nur einen Schritt weggesprungen, Katharina stand wahrscheinlich so drei, vier Schritte neben euch. Das Ding liegt am Boden, äh, Elodie hockt da drüber. So ungefähr, ja, lasst es so fünf, sechs, sieben Meter zu eurer Seite steht Stefan und hat gerade diesen Tisch aufgestellt, durch den durchgeschossen wurde. Und der Zugang zu diesem Raum ist auch ungefähr genauso weit entfernt. Und diese Schatten kommen aus dem Zugang heraus und haben inzwischen so den halben Raum. Der Einzelne, der nicht betroffen ist, ist Stefan und der steht noch außerhalb des Bereichs. Die Schatten sind aber relativ nah bei dir dran. Ist es für uns eigentlich so, dass wir das Ende der Schatten trotzdem sehen oder ist es für uns so, als wenn wir komplett in den Schatten eingehüllt werden? Du musst es, glaube ich, am ehesten mit extrem dichtem Nebel das vergleichen, wenn du, dass es Schatten sind und schwarz und dunkel. Und selbst für euch auf eine komische Art und Weise kalt. Ja gut, dann, ähm, lasse ich das Gewehr fallen. Du kannst mir jetzt sagen, ob ich auch mit meiner zweiten Fähigkeit dagegen ankommen kann, weil die dritte wahrscheinlich nicht so viel bringt auf die Distanz, ne? Du kannst selbstverständlich auch deine dritte Fähigkeit einsetzen, nur ist es halt auch für das Tentakel schwierig zu erkennen. Also auch das wirkt Angriffe wie blind, das heißt, der Mindestwurf ist um zwei erhöht. Ähm. Nö, dann nehmen wir die Zeit. Genau, okay. Dann würde ich gerne zwischen dir und deinem Gegenspieler, deiner Gegenspielerin einen Vergleichswurf auf Manipulation und Okkultismus ablegen. Aber ich würde trotzdem einen Blutspunkt verlangen, weil du im Endeffekt versuchst, die Schatten halt auf gleiche Art und Weise zu bekämpfen. An die Quatsch, der Blutspunkt ist ja nur auf große Distanz, wenn du nichts siehst. Alles gut, nee, brauchst keinen Blutspunkt einsetzen. Gut. Das ist quasi eher intuitiv. Ganz magig sechsen. Mhm. Also, der Pool ist bei mir die sieben. Ja, vier. Okay. Mhm. Ähm, du kannst die Schatten nicht komplett verschwinden lassen. Du kannst dich entscheiden. Du kannst entweder die Kontrolle übernehmen, sodass sie auch den anderen betreffen. Oder, äh, und die Schatten so ein paar Meter quasi verschieben, also entweder zurückweichen lassen, zur Seite verschieben, wie du es möchtest. Oder du kannst die Schatten wirklich bis in diesen Eingangsbereich zurücktreiben. Ähm, aber der Kontrolle ist das andere überlassen. Das heißt, der kann nächste Runde oder die kann nächste Runde die Kontrolle übernehmen. Du musst aber gerade überlegen. Ja, der Unterschied wäre in dem Fall, wenn ich die Schatten jetzt übernehme, wäre ich selbst nicht mehr von den Schatten betroffen? Äh, du, äh, deine Widerstandskraft ist dann voll, du hast aber dieselben Sicht einschränkungen. Okay. Mhm. Du hast bloß eben wahrscheinlich ein intuitives Gefühl, wo, also gerade feste Gegenstände sind, du kannst dich darin orientieren besser, aber du kannst auch nicht darin schießen. Kann ich dann durch die Übernahme der Schatten mitbekommen, wo mein Gegenüber sich befindet? Du wirst einen vagen Eindruck bekommen, wo er sich befindet und, äh, er oder sie ist dann auch von den Widerstandsreduktionen betroffen und du nicht. Ja, da das zwangsläufig wichtiges Ziel ist, äh, würde ich das jetzt machen, die Schatten übernehmen. Möchtest du die Schatten noch ein bisschen bewegen oder lässt du sie quasi so im Raum? Also du kannst sie quasi auch ganz aus der Fahne mit einschließen, du kannst sie auch ein bisschen zurücktreiben, dann werdet ihr so am Rand stehen äh, und der oder die andere steht relativ mittig in den Schatten, also so drei, vier Meter im Raum drin. Ist jetzt schwierig. Ich hätte, äh, wenn dann nur die Schatten versucht weiter auszubreiten oder zu verschieben, wenn ich damit die Gestalt im Treppeneingang erwischt hätte. Nee, du kannst also du kannst quasi bis den Eingang mit abschließen, aber dann steht quasi Stefan, der Tisch, was dahinter ist, noch nicht. Das geht nicht in den Treppenaufgang hoch. Dann drücke ich die Schatten erstmal so weit weg, dass Katharina zumindest nicht mehr drin steht. Ja, also sie steht noch drin am Rand und Katharina kann zumindest auch feststellen, dass der Rand nahe ist, also du kannst für ein paar Schritt zurücktreten, bis du kannst aus den Schatten raustreten. ran jetzt. Ich. Ja. Ja. Gut. Verwirrung, Schatten. Also du stehst gerade in den Schatten. Du kannst grob orientieren, wo sich dieses Vampirwesen befindet und Elodie dementsprechend. Elia kannst du auch grob einordnen, weil die vorher schon da war, die hört ja Geräusche und auch, auch wenn alles gedämpft ist. Du hast ein grobe Vorstellung, wo du im Raum bist, weil es ja quasi plötzlich finster geworden ist und du merkst halt schon, dass du, wenn du zwei Schritte zurücktrittst, aus den Schatten heraus trittst, in den irgendwie ins Licht, dieses Halb, also dieses Halblicht des Raumes. Ja. Auf jeden Fall gehe ich dann die zwei, drei Schritte zurück, wenn ich mich da soweit orientieren kann. Möchtest du noch irgendwas tun oder wartest du noch ab? Ich orientiere mich vor allem. Also erkenne ich da jetzt einfach nur so von außen Schatten oder erkenne ich in den Schatten Personen? Du kannst vielleicht ganz vage noch die Kontur einer Gestalt erkennen, aber das ist da ungefähr, wo du Elia weißt. Viel mehr erkennst du nicht. Das sind sehr dichte, dunkle Schatten. Gut, das ist also keine Option, da drauf zu schießen. Und was erkenne ich da, wo Stefano ist mit seinem Tisch? Eine Tür, in der drei Löcher sind und Stefano hinterm Tisch. Ja genau, ein Tisch, in dem drei Löcher sind und Stefano diesen Tisch gerade da aufgebockt hat, dahinter steht und einen Schuss abbekommen hat. Aber jetzt nicht so ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen aussieht. Auch sehr dramatisiert das jetzt. Oh ja. Oh nein. Oh, wow. Mein Mantel. Ja, mein Mantel. Also mir ist ja klar, dass da eine schießwidrige Person hinter der Tür ist. Das ist dir klar, ja. Von daher, da werden sicherlich auch noch Schüsse nachkommen. Das, was in Schatten ist, da kann ich überhaupt nichts machen. Ich kann da weder hinschießen, noch irgendwohin blind angreifen, noch irgendwo auf irgendwelche Dinger drauf losrennen. Ich stelle meine Aktion soweit zurück, da ich gerne dann, wenn etwas durch die Tür kommt, rauskommt oder geschossen kommt, ein bisschen mit der Zeit spielen würde. Ja. Dann poltern schwere Schritte die Tröpper runter und etwas schweres wirft sich gegen den Tisch. Ich würde es erfahren und zugestehen, dass er versuchen kann, sich im Reflex auf der anderen Seite dagegen zu werfen. Heißt natürlich, dass du, wenn jemand durch den Tisch schießt, nicht wirklich ausweichen kannst. Kannst du versuchen, den Tisch zu halten quasi, wo er ist. Ja. Oder du lässt es halt zu, dass die andere Seite den Tisch umwirft. Und kannst danach noch handeln. Wenn ich logisch davon ausgehe, wenn sich ja jemand gegen den Tisch wirft, dann müsste er doch auch die Treppe dann runterfallen, oder? Weil er mit ziemlichem Erwachsen ist ja am unteren der Treppe. Also er läuft, also der Tisch ist ja, du hast ihn unten vor die Tür gestellt. Ja. Das heißt, er kommt damit in den Raum rein, aber wird nicht mehr viel machen können, aus dem Tisch zur Seite zu färren. Ja. Ich stelle mich nicht dazwischen. Okay, dann wird dir das Tisch zur Seite geworfen und die Gestalt war wahrscheinlich ursprünglich weiblich, ähnelt aber in Form und ausmaßen dem Slachter, den ihr bereits getötet habt. Du hast diesen Tisch zur Seite geworfen, steht jetzt quasi so zwei, drei Schritte hinter dem Zugang zu dem Raum direkt vor dir und du bist an der Reihe. Ja. Dann würde ich denen mit meinen besonderen Schlagringen eine mitgeben. Dann darfst du gerne versuchen, einen Nahkampfangriff zu machen, das heißt Geschick und Handgemenge. Mhm. Und da du schlägst, fällt das ja auch unter deine Handgemenge-Spezialisierung Schläge, das heißt, jede 10 zählt, das ist zwei Erfolge, das müssen wir gleich beachten. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, einen Punkt da reingesteckt, habe, habe ich jetzt, äh, neun. Das kann gut sein, ja. Irgendwie so was mit dem Raum. Und, und, und zehn. Aber denk dran, du hast einen Schad, einen Gesundheitspunkt verloren, deswegen hast du noch, also einen Würfelabzug, weil du verletzt bist. Ja, also hätte ich zehn, weil ich ja den Geschick gewusstet habe, also habe ich neun wegen den Abzug. Genau. Okay. Kannst du dich wieder auf zehn kommen, indem du deine, deine, deine Blutspende einsetzt, wenn es dir einfach umgeht, Macht zu demonstrieren. Ja, natürlich. Aber das müsst ihr auch nicht. Das war ich irgendwann noch wieder vergessen. Alles klar. Benutzt du es, ah, dann habe ich zehn, dann würde ich das einfach fünf, fünf splitten erstmal. Du machst zwei Angriffe, schlägst zweimal zu. Äh, dann sag mir bitte, mit welchem, äh, ob du dein Besonderschlag fängst, zuerst oder als zweites zuschlägst. Als erstes. Alles klar, dann kannst du gerne den Angriff würfeln. Mhm. Fünf versus sechs oder As-Hydro, oder? Mhm. Äh, ja, 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 tschönen. Ja, ja. Äh, und da die Slachter den Tisch befreit hat, darfst du direkt zuschlagen. Das heißt, du hast, dein Schlagringe bringen dir plus eins, äh, du hast vier Successes und, äh, kriegst ein Autoerfolg, weil du Stärkdisziplin hast, auf eins. Das heißt, du würfst jetzt Körperkraft, das sind bei dir fünf, plus deine Nettoerfolge, das sind vier, plus einen zum Schlagring, das ist noch einer. Das heißt, du hast zehn Würfel und einen Autoerfolg. Und den Bundesschaden deiner Waffe wird separat berechnet. Also, der wird automatisch zugefügt. Also, zehn. Ja, also, Hashtag DMG zehn. Zehn oder elf? Nee, zehn. Achso. Vier Erfolge, einen vom Schlagring, fünf von Körperkraft. Die Stärke ist ein automatischer Erfolg, den musst du nicht würfeln. Ah, ja. Du kriegst ja direkt als Erfolg gutgeschrieben. Also, wir haben jetzt hier sechs Successes und du kriegst einen dazu, das heißt, du hast sieben Successes-Schaden. Aua. Ja, der Form halber ist da ein Widerstand erlaubt, aber das heißt, ja, ähm, es knistert und dein erster Schlag sitzt, also es ist wirklich so ein Schlag, sie schmeißt den Tisch zur Seite, kommt auf und deine Faust fährt von der Seite heran, trifft mit dem Schlagring die Schläfe, es knackt, sehr unangenehm und sie geht wie vom Schlaggefell zum Boden. Knockout in der ersten Runde, Sieg mit K.O. Du hast dann, das heißt, du hast deine restlichen Würfel, du hast quasi noch einen Restpool übrig, aus dem du jetzt bisher fünf verwendet hast. Hast dich auch eben über den Würfel beklagt, du hast jetzt vier aus fünf und sechs aus zehn gemacht. Das ist schon fein. Ja, wir haben die Würfel getauscht. Ähm, äh, das ist zwar, das ist zwar nur Stoßschaden, das heißt, gegen Vampire nicht so wirksam, aber in diesem Fall ist das egal, weil, ähm, weil das wirklich stärkste gegen Vampire ist tödlicher Schaden, aber es ist vor allem egal, weil es das hier, Zlachter, regeltechnisch nicht als Vampir behandelt wird. Ja. Ähm, das heißt, du kannst dich überlegen, ob du in deinem Restaktion noch was machen möchtest, du siehst jetzt auch, dass dahinter auf der Treppe eine durchschnittlich gebaut Frau mit einer schweren Pistole in der Hand, also wirklich so einem großen, so einem großen, sowas Richtung Desert Igel, also richtig große, schwere Handvoll. Beth, und zu dir runterschaut. Ja. Kann ich die auch erkennen? Äh, die könnt ihr alle erkennen, ja. Dann ist das aber der Moment, wo ich jetzt eigentlich schieße, wenn ich sehe, der hat das Ding, äh, da einmal ausgenockt. Ja, ja. Stefano noch zuerst handelt, danach kannst du übergehen. Ja, ja, nach Stefano, genau. Würde ich dann auf jeden Fall die Aktion nach seiner Handlung noch nachziehen. Sieht die für mich wie die anderen Viecher aus, oder mehr, doch eher Vampir? Also da siehst du tatsächlich, auf den ersten Blick bist du nicht sicher, ob Mensch oder Vampir oder Ghoul. Äh, das kannst du im ersten Blick nicht erkennen, aber es ist keine auffälligen körperlichen Modifikationen. Also, einfach menschlich normal gebaut. Etwas schlachsig, hochgewachsen, dunkles, halblanges, struppiges Haar, äh, Lederjacke, Jeans, Sneaker. Tatsächlich auf der Straße wäre, würde sich die wahrscheinlich kaum auffallen. Mhm. Ähm. Könnte ich die noch erreichen und auch noch attackieren? Mhm. Weil ich hab mich ja quasi Ja, sie steht da, dass er im dritten Absatz. Das heißt, ich würde, also, ähm, du kannst meinetwegen versuchen, aber ich würde dir nur noch zwei Würfel aus deiner Handgemengeprobe zugestehen. Okay. Ich kann es natürlich jetzt auch in der ersten Aktion nutzen, um quasi zum Beispiel Deckung zu hechten oder sonst was. Oder sich halt einfach aufzubauen. Ansonsten würde ich vielleicht, also wenn du mir das gestaltet, auch einen Blutpunkt ausgeben. Äh, du kriegst dadurch, also Blutpunkte ausgeben, um zusätzliche Aktionen zu bekommen, kannst du nur mit Geschwindigkeit. Und das fehlt dir. Okay. Okay. Du kannst natürlich sagen, nimmst die zwei Würfel und schmeißt einen Willenskraftpunkt, um automatischen Erfolg zu erzielen, mit zwei Würfeln nicht patzen zu können, oder nicht versauen zu können. Dann schlägst du zumindest nach ihr, sie kann sich natürlich noch verteidigen. Ich, ich mache es so, ich versuche es trotzdem mit zwei. Okay. Und ohne Willenskraft. Alles klar, dann darfst du gerne mit zwei, wenn wir so zur Kiel gestürmst, diese Treppe hoch. Das ist wahrscheinlich ähnlich laut, wie der Sturm des Slachter vorher, als sie runtergestürmt ist. Und ja, die andere Frau steht jetzt vor dir und wartet darauf, dass was bei dir rauskommt. Du schlägst nach ihr, setzt aber dabei den letzten Fuß gerade so nicht hoch genug an der Treppe, stolperst und fällst quasi auf die Knie, schlägst Waage nach ihr und jetzt müssen wir nur einen Schritt zurück machen, um aus der Reichweite zu sein. Und jetzt darf Katharina würfeln, äh, agieren. Hm, sehe ich die Person eigentlich auch agieren oder etwas tun? Äh, die hat die Waffe erhoben, das heißt, sie wird wahrscheinlich schießen. Da das eine sehr unglückliche Situation ist, weil Stefano da quasi präsent vor ihr liegt und sie vermutlich nach ihm schießen wird dann in dem nächsten Moment, ähm, hängt nicht unwahrscheinlich. Ja. Ist das auf jeden Fall die Aktion, wo ich, ähm, bleiernden Augenblick auf ihre, auf ihr Geschoss setzen würde, wenn sie schießt. Das wäre meine Aktion, das heißt, ich schieße nicht aktiv. Ja, 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 ja. Na, dafür muss sie natürlich erstmal handeln. Ähm, okay, du musst quasi deine Verteidigung für Stefano für dich zulassen. Ähm. Ich muss mir gerade die, das ist tatsächlich eine Disziplin ich nicht so auf dem Schirm habe, weil sie nur sehr selten vorkommt. Ähm. Einfluss auf vergehende Zeit, ich kann Objekte veranlangen. Genau. Ich habe es gerade überflogen, ich habe ja deine, den Notizen, die ich dir geschickt hatte, auch selber vorliegen. Alles klar. Dann, ähm, haben wir aber erstmal Situation, dass der Chimiske, sag dir das einfach mal, ich hoffe, das ist keine große Überraschung. Ähm. Das ist schon Spoiler-Warr. Sich aufrichtet, ja, du sollst am wenigsten überrascht sein, bitte. Oh. Äh, und sich jetzt wieder aufrichtet, da auch, äh, feindliche Vampire auf Blut zurückgreifen können, um sich zu heilen und versucht, mit seinem restlichen Pool, der natürlich arg reduziert ist, aufgrund der, ähm, der schweren Verletzungen nach Elodie zu schlagen, weil die hackt ja quasi über ihm. Und... Das ist das Stachelmonster, richtig? Äh, genau, ja. Das sind zwei nette Erfolge und das Kaka-Kraft. Und du darfst schon mal Widerstand wirfeln, da wird in der Folge durchgehen. Du darfst Widerstand gegen... Ich habe nur einen Widerstand, oder? Ähm, Nee, äh, ja, doch, du hast recht, du hast nur einen Widerstand, ja. Wegen dem Nebel, oder? Ja, ja, du hast recht. Dann habe ich, äh, bei ihm muss ich noch die Schwerhalber reduzieren. Eins versus fünf? Äh, genau, du hast, äh, kriegst, äh, nee, Entschuldigung, nicht fünf, du kriegst vier Schadenserfolge. Das heißt, du hast einen Widerstandswurf, um das um eins zu reduzieren. Achso. Also, Hashtag Damage 1. Ich hoffe, das habe ich, Dings, nutz, das heißt, du kriegst noch drei tödliche Schadenspunkte, als die Krallen deinen Brust, deinen Brustkopf aufreißen und sicherlich auch die einen an der Rippe bloßlegen, was dich nicht ganz so sehr tangiert, aber es ist auch nicht angenehm. Ich, darf ich eigentlich einen Blutspunkt einsetzen? Einen Blutspunkt pro Runde dürft ihr alle einsetzen, ja. Nicht die alle, die... Wenn wir jetzt Aktionen heilen, oder... Für irgendwas, also Disziplin, die Blutspunkte kosten, werden auch auf dieses Maximum gerechnet. Das einzige Ausnahme ist, egal wie viel du pro Runde einsetzen darf, wenn du Geschwindigkeit höher hast, jede Geschwindigkeitsaktion kostet dich einen Blutspunkt, das heißt, wenn du Geschwindigkeit drei hast, darfst du auch drei Blutspunkte in einer Runde einsetzen, damit du diese drei Aktionen bekommen kannst. Sonst wäre Geschwindigkeit ja nur bei hohen Generationen relevant. Das heißt, du zum Beispiel brauchst für den bleibenden Augenblick deinen Blutspunkt, das heißt, du kannst keinen anderen in dieser Runde einsetzen. Wenn du schon einen eingesetzt hast, kannst du keinen bleibenden Augenblick mehr einsetzen. Ja. Dann gehe ich ja. Aber habe ich ja nicht. Tschüss, gute Nacht, Isa. Ich wollte nur sagen, dass die Elodie keine Lust mehr hat, mit dem zu kämpfen und weg. Das sei ihr offengestellt. Weil er sehr schön eins hat. Auf jeden Fall versucht jetzt, die Gestalt auf der Tröppe auf den vor ihr hockenden Stefano zu schießen und ziert aufgrund der kurzen Distanz auch auf den Kopf. Und jetzt darfst du deine, genau, jetzt darfst du deine Probe auf bleibenden Augenblick würfeln, also Intelligenzen und Okkultismus. Ja, das heißt, ich setze einen Blutspunkt. Ich würde den Schwierigkeiten auf acht bestimmen. Kugeln sind zwar klein, aber Kugeln sind auch schnell. Ah, warte mal. Ja, ich muss mal ganz kurz auf die Seite aufklagen, damit ich das mal genau nachdenke. Wie es bei Geschossen ist. Du kannst schon eine Probe würfeln, auf jeden Fall. Äh, ja, wir versuchen es einfach mal. Versus acht, ne? Sagtest du? Äh, genau, gegen acht. Ich habe keinen Extrapunkt. Du kannst aber theoretisch einmal komplett neu würfeln. Ja, okay, falls ich verkacke. Machen wir mal. Wären immerhin zwei. Okay, zwei heißt, die Geschosse werden ungefähr auf ein Drittel der Geschwindigkeit halbiert. Das würde ich dementsprechend, also erstmal würde ich sagen, nimmt das ihnen, dass sie tödlichen Schaden anrichten. Äh, die Nettoerfolge bleiben, aber ich würde den Schadenswurf auf acht setzen dafür. Es gibt mich keine offizielle Regel dafür, deswegen muss ich das gerade einfach spontan entscheiden. Das heißt, Stefano muss nur Widerstand, seinen Widerstand würfeln gegen zwei Netto, gegen zwei Netto-Schadenspunkte. Äh, hat er wieder Hashtag Damage 2. Genau, ja. Ja. Das sind zwei, sechs, drei Nettoerfolge, oder? Das heißt, du hältst Anikos. Entschuldigung, nee, nein, was sie übrig hatte, aber es ist halbierter Schaden, weil ich gesagt habe, das ist kein tödlicher Schaden mehr. Dementsprechend hast du die beiden Schadenspunkte durchkommen, beide kompensiert, das heißt, sie schießt, aber die Kugel, also sie verlässt quasi den Lauf, auch dieses Aufbrennen wird verlangsamt, dieser Mündungsblitz, und die Kugel ist immer noch schnell, aber sie ist mit bloßem Auge zu erkennen, wie sie fliegt, und dann dein Kopf streift, wahrscheinlich auch durchaus ein Stück Haut und Knochen, also bis auf den Knochen wegreißt, ein paar Knochensplitter fliegen, aber du hast keine ernsthaften Bläsuren davon getragen. Was die Gestalt nicht daran hindert, mit einer unmenschlichen Geschwindigkeit ein Messer zu ziehen und nach eben diesem Kopf zu stechen. Und und drei nee, zwei und eins und drei und du darfst dich jetzt noch einmal gegen vier tödliche Schaden verteidigen. Das heißt, allgemein abgehend spezifisch noch im Kopf. Das heißt, nochmal Damage drei diesmal ist aber auch tödlicher Schaden, das heißt, der wird auch voll gewertet. Wie gemacht. Das heißt, drei tödliche Schaden kommen durch, das heißt, du musst jetzt deine Markierung, du hast vorher Stoßschaden bekommen, das heißt, du musst jetzt, das ist ein bisschen umständlich, die ersten drei Felder sind dann tödlich und danach folgen zwei Felder Stoßschaden. Das ist später aber wichtig. Also x, x, x und dann zweimal Slash. Das hat damit zu tun, ihr heilt immer euren Schaden von unten nach oben weg und je nach Schadensart wird es auch später unterschiedlich berechnet. Also kann das unterschiedlich schnell auch zum Beispiel zu schwer heilbarem Schaden führen. Das heißt, du bist jetzt bei fünf Schadensfeldern. Ich kann sagen, die Runde ist zu Ende, das heißt, du kannst, du möchtest jetzt sofort einen Blutspunkt einsetzen, um eins zu heilen. Ja. Dann wirst du nur verwundet sein, könntest du in der nächsten Runde theoretisch auch schwer verletzt runtergehen. Sonst hast du aber, solange du verwundet bist, hast du quasi minus zwei auf alle Würfe. Aha. Ja. Dann würde ich jetzt da gleich einen einsetzen. Genau. Nächste Runde kannst du, beziehungsweise Blutspunkte könnt ihr theoretisch, ne, Blutspunkte könnt ihr einsetzen, wenn ihr dran seid. Ähm, Elodie. Ja. Du bist immer noch in diesen Schatten und der Vampir vor dir ist offensichtlich dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Ich möchte aus diesen Schatten zum Ekelen. Das heißt, du rennst wahrscheinlich Richtung quasi Straßenseite des Raums, weil du weißt, die Schatten kamen von dem Eingang dementsprechend, dass da wahrscheinlich im ehesten noch ein Bereich, der nicht mehr Schatten ist. Ja. Ist das der Plan? Klingt gut. Ähm, rennst du oder versuchst du, dich vorsichtig zu bewegen, dass du auf jeden Fall stehend ankommst und dich nicht auf die Länge legst? Denk vor, als ich bin. Alles klar, dann würde ich deine Aktion dafür verbrauchen, aber du bestehst danach aus den Schatten und kannst, also stürzt auch nicht währenddessen. Das klingt wunderbar. Okay. Dann haben wir, ähm, äh, den oder die SchattenwirkerInnen, die das aber gar nicht so lustig finden, dass sie auch Schattenwerks sind, jetzt aber auf jeden Fall offensichtlich zu dem Beschluss kommt, dass sie oder er sich nicht dieses Duell leisten möchte und sich im Schatten in eure Richtung bewegt. Und ich würfel, ob er oder sie euch findet. Nein. Also sie kommt zwar in eure Richtung, aber es reicht nicht, um einen Angriff aufzusetzen, um euch so stark zu identifizieren. Ähm, das heißt, Elia ist wieder dabei. Du kannst die Person relativ präzise jetzt ausmachen. Sie ist auf jeden Fall näher gekommen. Mhm. Die ist auch nur zwei, drei Meter von euch entfernt. Und sie hat es aber nicht mehr geschafft, diese Runde zu attackieren. Nächste Runde weiß sie, wo ihr seid. Also, könnte ich die Schatten jetzt fallen lassen? Äh. Das sind deine Schatten. Du kannst die Schatten jetzt fallen lassen, weil jetzt ist doch das Duell um die Schatten vorbei. Mhm. Und ihr aber auch direkt eine knallen. Ja, das halte ich für legitim. Ja, dann machen wir das doch. Okay, also plötzlich, also die Schatten zerfließen, schwabern noch kurz um eure Beine und sind dann weg. Und, äh, ja, in diesem Raum steht eine, ein Mann, der war, also, ist offensichtlich ein Vampir, aber noch im Teenager-Alter war, so 15, 16, mit etwas, also mit so einer, so einer typischen, modernen, kurzer Frisur. Das Haar auch hochgestylt und in eigentlich so typischen, modischen Klamotten. Also, wenn der tagsüber in irgendeiner Shopping-Meile wäre, würde sich niemand wundern. Ähm, aber jetzt mit hasserfüllt blickenden Augen in deine Richtung blicken, als die Schatten plötzlich verschwinden. Äh, und auch er hat, äh, ein Messer im Übergang zur Machete in der Hand. Kurze Frage, kann man eigentlich, ähm, die eine Stufe der Schatten fallen lassen und direkt die nächste hinterherwirken? Äh, das Fallen lassen würde ich als keine Aktion bewerten. Ich weiß nicht, ob es dafür offizielle Regeln gibt, aber meiner Meinung nach, kannst du sie einfach fallen lassen. Das heißt, du kannst jetzt deine Aktion nutzen, um eine andere Disziplin zu wirken, natürlich. Dann machen wir doch mal eher das. Dann wirklich die Stufe 3 des Ganzen. Das hatte ich vermutet. Äh, dann wirf gerne einen Wurf auf Manipulation plus Okkultismus gegen 7. Manipulation und Okkultismus macht wieder ein Pool aus 7. Und ein Blutspunkt, ne? Genau, ein Blutspunkt musst du investieren. Sieht aus wie 3 Erfolge. Ja, das sind 3 Erfolge. Das heißt, du kannst äh, insgesamt 3 1 Tentakel pro Erfolg, ja. Ja, 3 Tentakel kannst du im Raum sprießen lassen. Ähm, die jetzt quasi äh, parallel zu dir handeln können. Du kannst aber quasi mit einem Tentakel aktiv handeln. Das ist Handlungsautonomie. Aber du kannst jetzt quasi auf Distanz, du kannst hier entscheiden, wo die 3 Tentakel ungefähr im Raum wachsen. Das müssten bloß kommentieren, Grob. Ich hätte schon gesagt auf mein Gegenüber, also in die Richtung. Alle 3? Ja, so dass ich ihn auch erreichen kann. Ja, also quasi so drumherum, dass er so ein bisschen eingekreist. Äh, ja, das heißt, 3 Tentakel aus Schatten äh, sprießen plötzlich aus, äh, einer Säule und aus dem Boden um die Gestalt herum. Ähm, dann mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz überprüfen, weil ich meine Notizen nicht von der Prozent nicht einordnen kann. Ob das dich, ob du, also, genau, du kannst jetzt in den nächsten Runden selber handeln, plus deine Tentakel handeln lassen, aber du hast nur eine Aktion für alle 3 Tentakel. Ist nicht eine Aktion pro Tentakel. Okay, nein. Ähm, die würde ich dir aber auch tatsächlich diese Runde schon zugestehen. Das heißt, dein Tentakel kann diese Runde schon agieren. Das heißt, ihn festhalten könnte ich beispielsweise versuchen? Das kann es versuchen. Das ist dein, äh, äh, der Tentakel haben deine, dein Geschick quasi, also dein Geschick in Höhe deiner, deiner Schattenspielwertes, das heißt 3. Das ist auch der Angriffswert. Die haben keinen zusätzlichen Bonuspunkt, das heißt, ich kann mit 3 Würfeln versuchen anzugreifen, versuchen, den oder diejenige zu packen. Also, den jungen Mann zu packen. Dann normal gegen 6 wieder oder auch gegen 6? Ganz normal gegen 6, ja. Okay. Null. Dann versucht das Tentake zwar nach ihm zu packen, aber schafft es nicht so recht, sondern greift irgendwo ins Leere und ist eher ablenkend, also wirklich eine Bedrohung, zumindest für den Moment. Was war nicht, als dass Katharina nicht zu bedrohen werden kann? Was möchtest du tun? Da ist diese Frau, die vor Stefano steht, und ihn anschießen wollte und ihn dann aber mit dem Messer verletzt hat. Elodie ist weg von diesem Zackending, aber das rappelt sich wieder auf. Elodie steht so in deiner Nähe und das Ungetüm richtet sich gerade so halb auf. Es hat offensichtlich am Boden nach Elodie geschlagen und es ist gerade auf die Bewegung. Dann schieße ich da drauf. Aber... Ah, während eh... In beiden Fällen wären es vier. Ich glaube, ich setze nicht alles ein, weil ich möchte gegebenenfalls mir noch was für die Verteidigung übrig lassen. Ich habe übrigens gerade in der letzten Runde, das war meiner in unserem Kaltis mir das gerade aufgefallen. Wenn du verlangsamt, ist das eine Reaktion. Das heißt, das kostet dich prinzipiell keine... Du kannst währenddessen normal handeln und diese Reaktion einsetzen. Das kostet ja den Blutspunkt immer. Ach so. Sind zumindest die Regeln zu deuten. Ja gut, aber aus der Entfernung hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht viel gemacht. Ja. Also, falls du jetzt noch mal deine Disziplin einsetzen möchtest, das kannst du quasi auch, wenn du mit vollem Pool gehandelt hast, noch tun. Ach so, danach dann. Ah, das heißt, die kann ich ja zur Verteidigung nutzen. Das heißt, ich könnte jetzt den kompletten Pool zu schießen nehmen. Ich würde es, glaube ich, immer so auslegen, dass wenn du weiter für Stefano aufpassen möchtest, dann würde ich dafür eine Aktion verlangen. Außer bei mir Weil du dich konzentrierst quasi darauf, wann er angegriffen wird. Für dich selbst ist es intuitiver, dann kannst du es auch als Reaktion einsetzen. Hm. Ja, aber gut, das Problem wäre natürlich bei meiner Disziplin hätte ich dann ja nicht mehr den vollen Würfelpool. Ging ja ja gar nicht, ne? Ich würde, wenn du genau, wenn du dich auf Stefano konzentrierst, kannst du auch nicht parallel handeln, weil dann konzentrierst du darauf, wann geschossen wird da hinten. Mhm. Das heißt, entweder oder Entscheidung. Entweder du schießt jetzt, dann kannst du mit vollem Pool handeln, dann kannst du dich nicht mehr normal verteidigen, aber wenn auf dich geschossen werden würde, könntest du deine Disziplin noch einsetzen. Hm, kann ich das einschätzen? Also liegt Stefano noch am Boden, oder? Naja, der ist halt so halb, also ist so auf den Knien auf dieser Tröppe. Ähm, von ist es beim Vampir immer schwer einzuschätzen, wie beschädigt der Vampir ist. Mhm. Also, er ist noch nicht so richtig übel zugerichtet, aber gut geht's ihm auch nicht mehr. Ja, was keine gute Idee ist, weil die Frau direkt vor ihm steht, ähm, aber sie selber noch mal, boah, ich kann's auch nicht abschätzen, ob sie noch mal auf ihn schießen wird. Ich hätte jetzt gerne eine Entscheidung von dir. Äh, ich warte ab und konzentriere mich auf Stefano. Alles klar. Dann ist jetzt, das ist auch ein Todeswesen, ist exakt benannt das Stefano der Reihe. Mhm. Ich benutze den Blutpunkt, um mich zu heilen. Mhm. Das heißt, du bist jetzt wieder nur verwundet, glaube ich. Mhm. Ja. Er verletzt. Nee, ich bin schwer verletzt, ja, ich bin die Reihenfolge, da werfe ich mich neinander bei den Vieren. Okay, wer verletzt, also nur noch einer, aber noch einer hat einen Punkt abzugreifen. Ja. Und ich würde mit fünf angreifen. Mhm. Die anderen fünf quasi im Hintern behalten für eventuelle Reaktion. Ja. Wobei, Hinweis, wenn du ausweichst, wer bleibt dafür natürlich, nee, weil du hast ja, du hast zehn Würfel, du hast aber einen gesundheitsabzug, hast nur neun Würfel. Das heißt, sollst du auf ausweichend würfeln müssen, ist der kleinere Pro relevant. Das heißt, du hast nur sieben Würfel, wenn du jetzt sechs Würfel, wenn du jetzt fünf einsetzt, hast du noch einen in der Abwehr. Schießen kannst du nicht mit Handgemenge abwehren, wenn sie nach dir sticht mit dem Messer, das kannst du mit Handgemenge abwehren. Sie war aber ja vor mir dran. Sie ist direkt, nein, sie ist als letztes in der Kampfrunde immer dran. Achso, okay. Äh. Das ist natürlich prinzipiell gilt, wenn du sie angreifst, alles, was sie in Verteilung investiert, kann sie auch nicht in Angriff investieren. Oh ja. Das ist immer so eine Abwägungssache. Ähm. Kommt es ein bisschen drauf an, auch wie viele beteiligte Gegner es noch gibt. Aber grundsätzlich kannst du halt, also grob kannst du sagen, also bei gleich vielen Leuten ist es am meisten besser anzugreifen, weil du Gegner zwingst zu verteidigen. Ist natürlich das Risiko, dass danach der heftige Rückschlag kommt. Bei, wenn ihr in der Überzahl seid und deutlich überlegen seid, ist es, kannst es auch sinnvoller sein zu verteidigen, um einfach quasi möglichst wenig Schaden einzustecken, weil deine Gefährtin noch angreifen. Du kannst euch auch sagen, du verzögerst und wahrst du mal, was du reagierst und überlegst, schaust, ob du wirklich verhältst. Ja, das war glaube ich für die Runde nicht schlecht, ich verzögere. Alles klar. Dann ist jetzt das dornenbewehrte Wesen, was sich jetzt aufrappelt. Auch da setzt die Heilung weiter fort, das heißt, ihr könnt sehen, wie sich zumindest so am Rand die Wunden langsam anfangen zu schließen. Nicht auf unnatürliche Art und Weise, das kennt ihr auch selber. Und ja, das Wesen versucht jetzt nach Elia zu schlagen mit einem nicht mehr so stark dass du deine Aktion die Sonne schon gebraucht hast, schlägt es nach dir und deine Verteidigung ist over. Dein Glück ist aber, dass es offensichtlich noch immer arke Mitleidenschaft gezogen ist, denn es schlägt an dir vorbei, beziehungsweise du kannst du halt zurücktaumeln, nicht wirklich Ausweichbewegung, aber es reicht dafür, wenn ich das die Knochen, die Streifen, das nur. Sie sind gefährlich nah an deinem Gesicht, aber es erwischt dich nicht. Und damit ist die Frau auf der Tröppe dran und die versucht natürlich jetzt noch einmal auf Stefano zu schießen. Und ich setze natürlich dann in dem Moment, wenn sie zum Schuss einsetzt. Brauchst du nicht. Das sind tatsächlich gamistisch Regeln, dass du nicht auf einen verschossenen Schuss reagieren musst. Sie versucht wie auf deinen Kopf zu schießen, aber irgendwas geht da fehl. Auf jeden Fall sie schießt und hat es irgendwie verkalkuliert und der Rückstoße reißt die Pistole aus der Hand, die so zündbar auf den Boden klappt, auf jeden Fall so, dass es nicht sinnvoll wäre, klug wäre, sie zu greifen. Und auch da folgt natürlich wieder eine Geschwindigkeitsaktion, die sie einsetzt, um jetzt noch nach dir zu stechen mit aller Macht, in der Hoffnung nicht ausschalten zu können. Und da kommt ein Angriff mit drei Nettoerfolgen durch. Juli, denk dran, wir müssen hier wegen Offensive Language bei dem Video. Das war's mit dem Werbeeinnahmen. Aber gut, wenn ich meine Aktion zurückgestellt habe, ich könnte ja jetzt trotzdem nicht gleich handeln. Und jetzt darf ich Stefano gegen drei Nettoerfolge verteidigen, wenn er möchte, oder das einstecken. Ob ich mein Wörfelklötchen mache, ich liebe es zu viel als zu wenig. Ja, also grob, du kannst halt sagen, du gehst mal sicher, dann schmeißt den Pool rein, hast du sechs Würfel zur Verteidigung. Von deinem Sport, du kannst hier tatsächlich, Entschuldigung, du hast jetzt neuner Pool, weil du ja Handeaming einsetzen kannst gegen das Messer. Das heißt, du kannst neuner Pool reinschmeißen, verteidigen, dann sollst du wahrscheinlich glimpflich davon kommen. Je weniger du einsetzt, also es ist halt der letzte, der eine Erfolg, der durchkommt, ist der entscheidendste, weil dann die anderen Schadensboni draufkommen. Das ist also die Abwägungssache, was dir gerade wichtiger ist, unversehrt zu bleiben oder zu sagen, ich möchte es noch Gelegenheit haben, zurückzuschlagen, weil umgekehrt, sie wirkt nicht, als hätte sie sich jetzt noch zurückgehalten und versucht, sich noch zu verteidigen gleich. Kannst du aber sagen, du riskierst mit zwei, drei Würfeln auf dem Angriff. Das wirkt immer zur Verfügung steht, ist also Willenskraftpunkte für Autoerfolge einsetzt. Ich mach sechs an Verteidigung. Dann good luck. Na, das wollte ich noch. Ja, warum geht das jetzt nicht? Ja, jetzt. Was muss ich noch mal sechs versus? Sechs. Ne. Sechs. Schlägst du ganz normal zu, das ist ein Gegen-Sechs. Sechs. Das sind leider nur zwei Successes. Das heißt, einer kommt durch. Okay. Und jetzt einfach, und du darfst dich einmal Widerstand gegen drei Schadenserfolge würfeln. Ja, mit drei, genau. Genau. Das ist ein Successes, das heißt, zwei kommen durch. Also, du schlägst, also, du lenkst zwar mit deinem Schlagring den Stich noch ein bisschen ab, aber es reißt dir irgendwo so halb das Gesicht und fährt in die Schulter, bevor es zurückgerissen wird. Ähm, unangenehm, aber andererseits hast du wahrscheinlich in deinem Leben auch schon ähnlich unangenehmes oder Schlimmeres erlebt. Ähm, das heißt aber jetzt, dass du noch dran bist und Katharina noch ihr Verzückertraktion hat. Ja. Wie viel kriege ich? Du kriegst zwei Schadenspunkte, tödlichen Schaden, das heißt, Stoßschaden wandert wieder runter, nee, du hast ja gegen geheilt inzwischen, glaub ich, das heißt, noch zwei Stichchen mehr tödlichen Schaden. Genau. Müsste es jetzt auf schwer Verwundet sein. Aber weiter minus zwei. Äh, minus zwei. Ähm, das heißt aber jetzt, dadurch, dass du einen Würfel aus deinem Pool verloren hast für deinen Angriff, hast du jetzt, du hast neun, hast sechs eingesetzt, hast jetzt nur noch einen Achterpool, weil du den Malus bekommst, das heißt, du hast nur noch zwei Würfel für deinen Angriff. Ja, dann verwende ich die trotzdem. Ich nehme dich mal einen Bonuswürfel. Mal reinschmeißen. Hau drauf! Dann sollst du auch, du bist jetzt als letztes dran, das heißt, du kannst merkwürdig werden. Alternativ könntest du versuchen, wegzulauchen, also zurückzuweichen. Hau hin, hau hin, hau hin. Nein, Stefano ist so nett und hebt noch ihre Waffe auf und gibt sie ihr. Sehr schön. Hau hin, hau hin, hau hin. Och, kannst du nicht zielen. Versuch's gleich noch mal. Dann wird auch mal üben. Ja, ja. Äh, da fehlt das S. Ach, verdammt. Ja. Wir müssen scheinbar noch mal üben. Ja, ja, müssen wir auch. Ja, ist langsam ein bisschen angeschlagen, das darf man ihm ja wohl zugestehen. Da ist meine Treffsicherheit, Blut im Auge, das ist immer schwer, dann alles sauber zu treffen. Aber es reicht für ein Success und da sie nicht mehr verteidigen darf, kriegst du deinen Einwürfel plus eins von dem Schlagring plus deine Körperkraft plus ein Autoerfolg von der Stärke. Das heißt, sieben plus ein Autoerfolg von der Stärke plus den Schaden. Ich vermute mal, du greifst mit deiner Haupthand an. Das heißt, den Bonusschaden. Das heißt jetzt sieben, äh, Damage sieben. Äh, genau, Damage sieben, ja. Damage sieben. Ich hab gerade im Twitch-Chat darauf gewartet, dass ein Schadenswurf kommt. Ja, das ist so ein Wurf, wo man traurig ist, dass es ein Damagewurf ist. Ja. Den 3,10, aber das heißt, 4 plus ein Autoerfolg von der Stärke plus den Ding, ja. Du kriegst diesen Stich, aber während sie quasi zurückfährt und kurz im Moment brauchen, das Messer richtig rauszulösen, fährt deine Hand von unten hoch und zimmert ihr unter das Kinn. Kinnhaken. Wird halt, also sie wird wirklich in die Luft gehoben ein Stück weit. Fällt zurück, dass der Kiefer hängt auf jeden Fall nicht mehr dort, wo er hängen sollte, sondern hängt so schlaff herunter. Während das Gesicht, also auch, weder ist der Kiefer noch im Gelenk, noch sieht der Kiefer aus, als wäre er noch in einem Stück. Und, was jetzt unübersehbar ist, ist, dass da die Haut schwarz ist am Kinn. Es wäre sie verbrannt worden nach dem Funt. Es gibt auch so ein kurzes Zischen. Branding bei Stefano. Und Katharina darf noch handeln. Ja, ähm, dann, ich hab ja zuerst zwei Schüsse aus meiner Waffe abgegeben, also hab ich ja noch welche, dann, dann schieß ich, schieß ich, äh, auf sie. Aber wobei, die ist weiter weg als diese Monstrosität, ne? Die Monstrosität, also beide sind in deiner Normalreichweite nicht mehr nah, weil du jetzt rückgewichen bist. Du hast drei Ziele, du hast sie auf der Treppe, das Wesen, was nach Elia geschlagen hat und den Typen, der mitten in der Mitte des Raumes steht. Der, vorher nicht zu sehen war, der aus den Schatten quasi ausgetaucht, das heißt, die zu Boden gegangen sind. Ja, da ich mich jetzt auf Stefano konzentriert hatte, würde ich jetzt auch gar nicht so sehr unbedingt das Ziel wechseln, sondern schieße nach ihr, wenn sie jetzt nicht in sehr weitem Bereichweite ist. Ja. Du schießt aber jetzt auf sieben, weil du quasi ins Kampfgetümer schießt. Mhm. Beziehungsweise versuchst sie quasi zu treffen, als Stefano sie gerade in die Luft wirft. Ähm, das heißt, du hast einmal Würfeln mit Schick und Fernkampf gegen sieben. Also Schusswaffen, ne? Ja. Achso, ein Hinweis, das wisst ihr natürlich, wenn du ernsthaft Schaden an ihr anrichten möchtest, solltest du auf den Kopf zielen. Das erhöht deinen Schaden nachher um eins, aber erhöht auch deine Schwierigkeit um zwei vom jetzigen Punkt aus. Sorgt dafür, dass dein Schaden nicht halbiert wird, weil es eine Schusswaffe ist. Möchtest du das tun, dann wirst du gegen neunen, dafür richtest du direkt tödlichen Schaden an und nicht nur... Gegen neunen. Vier Würfe gegen neunen. Alternativ sind es vier Würfe gegen siebenen, aber nur Stoßschaden. Also halbierter Schaden quasi. Hm. Es würde fast schon Sinn machen, auf den Kopf zu zielen, wäre eigentlich auch am sinnvollsten. Windkraft kann ich einsetzen. Ja klar, dann hast du einen Autoerfolg, dann triffst du auf jeden Fall und dann der Rest sind da als Bonuserfolge. Gut. Das wollte ich nämlich gerade auch anraten. Windkraft ist genau dafür da und genau diese... Dann ziehe ich auf ihren Kopf, der ist eh schon angeschlagen. Mhm. Und dann ziehe ich mit meiner Waffe auf ihren Kopf. Das war auch gut so, denn sonst hättest du nicht getroffen. Das heißt, du hast jetzt keinen Erfolg. Das heißt, du machst einen, würfest einen plus deine vier Schaden von der Waffe, das heißt, fünf Schaden sind gefüllt. Fünf, richtig? Ja. Ja, fünf. Das ist nur ein Access. Ja, okay. Die Kugel trifft sie, aber prallt so halb am Schädel ab und schlägt irgendwann in der Seitenwand ein, aber hat nicht ernsthaft noch zusätzlichen Schaden angriffen. Und auch schon Metallplatte im Kopf. War das, was den Schlagring stecken lassen? Das heißt, Elodie darf die Runde wieder anfangen und du hast jetzt die volle Übersicht über ihren Raum. Oha. Also Elodie hat sich entschieden, sie möchte nicht mehr mitkämpfen, weil sie zu viel Schmerzen hatte davon. Und es ja nicht ist wie früher. Naja, das war auch früher. Also du bist nicht mehr wie früher, muss man sagen. Früher warst du einfach stabiler. Und schneller. Und stärker. Wir wollen auch die Beste bei Elodie. Also möchtest du dich jetzt tatsächlich zurückhalten? Oder möchtest du noch irgendwas tun? Elodie hat einen ganz verrückten Plan. Und zwar möchte sie gerne Feuer ranschaffen, um die Gegner in Röhenschreck zu versetzen. Das kann natürlich euch alle mit erwischen. Wo möchte sie ein Feuer beschaffen? Ich vermute, man hat keinen brennenden Kamin. Keine Ahnung, man kriegt doch irgendwie Feuer hin bei uns. Also ihr habt sicherlich irgendwo im Haus ein Feuerzeug. Ja. Du kannst mir Dinge anzünden, aber du müsstest erstmal holen gehen. Das wird eine Weile dauern. Ich und die zündet das Holzhaus an. Mach ich. Okay, also du rennst los ins Büro. Jo. Dann darf der auch das ist glaube ich keine große Enttagen, wenn ich sage, der lasst Sombra handeln. Und der versucht jetzt mit seinem Messer nach, also stürmt heran und versucht auf Elia einzustecken, weil er ihn als den Störenfried erkannt hat. Aber es sticht irgendwo ins Leere. So muss das. Das heißt, Elia ist noch in der Reihe. Untouchable. Du bist von zwei Leuten gerade eingekreist. Ja, und Elodie haut feige ab. Das finde ich sehr toll. Aber ist okay. Ja, aber meine Tentakel können ja trotzdem noch den Bengel angreifen. Den Bengel. Du kannst irgendeine Tentakel-Aktion hast du und deine eigene Aktion. Du? Dich. So, und dementsprechend hätte ich jetzt erstmal versucht mit den Tentakeln den Jungen zu packen. Dann würfel gerne eine Probe mit Geschick gegen Sechsen, um ihn zu packen. Ach ja. Es soll nicht sein, denn Tentakel hascht danach wieder, aber er ist gerade in seinem Stich so weit nach vorne drückt, dass es halt zu kurz ist und in der Luft schnallt. Und du hast deine eigene Aktion nachher verwenden. Oder du kannst sie aufbewahren, dich zu verteidigen. Ich bewahr sie auf. Dann ist Katharina an der Reihe. Ich brauche hier mal Hilfe. Hilfe. Ja, ich feuere auf jeden Fall noch meinen Schuss ab. Ich habe jetzt einen auf sie geschossen, jetzt mache ich noch mal einen auf dieses Ding da. Das war ja vorhin relativ wirksam. Ach, scheiß drauf, alles. Es geht halt, wenn du auf den Kopf zielen möchtest, geht es gegen Sechsen, wenn du auf den Körper, äh, gegen Achten, gehen auf den Körper gegen Sechsen, außer du sagst, du gehst näher ran. Du gehst natürlich dann auch in Gefahr, aber dann darfst du halt gegen Vier oder gegen Sechs schießen, weil du auf kurze Distanz zwei weniger Mindestwurf hast. Ja. Das heißt, du gehst... Ich bin ja... Es sind ja keine Schatten mehr da, ich gehe auf ihn zu und... Du gehst in Nahkampfreichweite und schießt auf seinen Kopf. Ja. So auf den Körper. Ja. Das heißt... Alles klar, dann ist es gegen Sechsen. Gegen Sechsen. Na na, Kopfschuss. Das sind zwar keine nachgewürfene Erfolge, aber immer zwei Erfolge. Er verteidigt nicht, das heißt, du hast Schadenwürfeln, das heißt, mit Sechs Würfeln gegen Sechs. Also Damage Sechs. Genau. Also will er mich hauen. Schön. Na, ihr habt ihn wütend gemacht. Ähm, ja, du schießt. Schläger rein, Schläger rein. Äh, und der Kopf schnallt auch so zur Seite, der Körper, er sackt auch wieder zur Seite weg, äh, als die Kugel irgendwo auf seinen Schädel halb durchschlägt. Ähm, ja, inzwischen sieht das schon sehr mitgenommen aus mit den ganzen Verletzungen, selbst mit dem Kram, der sich geschlossen hat und er sackt wieder zu Boden. Geht doch. Und, ähm, da ist er, ist der Phanus dran vor ihm. Mhm. Ich würde glauben. Entschuldigung, alles gut, du bist dran, aber ich habe mir gemerkt, ich habe gerade gemerkt, meine Notizen sind falsch. Weißt du übrigens noch eine Blutspende, Arta? Ich weiß. Die wollte er mir jetzt reinknallen. Hallo, ich würde noch, äh, den Blutspunkt ausgeben, damit ich eins heile wieder. Mhm. Da kann ich den tödlichen Schaden ja wieder austragen, oder? Genau, den kannst du direkt austragen, nur schwer heilbaren Schaden könntest du so nicht heilen. Okay. Du hast immer noch minus zwei, weil du immer noch auf, äh, verwundet bist. genau. Ähm, ja, dann würde ich die gute Dame gleich mal im Bedrängnis setzen und würde tatsächlich meinen vollen Pool zum Angriff einsetzen. Äh, ein Angriff oder zwei Angriffe? Macht das nur Unterschied? Äh, ja, tatsächlich, also, also zwei Angriffe, heißt, du müsstest zweimal verteidigen, aber du machst auch zweimal Schaden. Ein Angriff heißt, du hast einen größeren Pool, du machst also, es ist halt ein heftiger Angriff oder zwei leichtere Angriffe, aber zwei, also zwei leichtere Angriffe machen im Durchschnitt mehr Schaden, aber es ist auch eher zu verteidigen oder eher, dass du failst. Ja. Du hast halt acht im Pool, du kannst also vier vier teilen, du kannst auch sechs zwei teilen, wenn dir das lieber ist, oder du kannst sagen, du wirst acht auf einmal, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich dich verteidigen kann, aber dann, äh, haust du auch entsprechend rein. Ja, ich versuche, ich gehe mal auf Risiko und alles auf ein. Acht. Full House. Dann würfel gern mit acht, äh, acht gegen sechs. Ich würde gerne noch einen Willenskraftpunkt einsetzen. Hau raus. Dann sind es immer noch acht gegen sechs, aber du hast einen Autoerfolg. Warte, dann reich den erst aus, Willenskraft, weg. Acht gegen sechs. Wow. Oh Gott. Ja, du hast zwei Nettoerfolge, das heißt tatsächlich, dass sie versucht, sich, kann sie überhaupt verteidigen? Ach. Ja. Sie muss, und ich setze meinen Bonuswürfel ein. Ich sehe nur noch schlecht, ich würfel noch. Ah, nee, jetzt leicht leider nicht. Äh, du kriegst einen Nettoerfolg durch, das heißt, du darfst deinen Schaden durchziehen. Oh. Äh, meine Blutspende, dass du mir verbraucht. Danke, Tinker. Ist dann leider nicht gereicht, um sie im Leben zu erhalten wahrscheinlich. Das heißt, du hast jetzt einen Nettoerfolg, plus deine Körperkraft von fünf sind sechs, plus eins für die Schlagge sind sieben, plus deine Stärke aus Autoerfolg, plus den Zusatzschaden von deinen Schlag. Das heißt, du würfelst jetzt regulär sechs Würfel. Erstmal. Du machst dann mindestens zwei Schadenspunkte automatisch. Zwei Schaden, also einen kann sie kompensieren, aber den anderen Schadenspunkt machst du auf jeden Fall. Also Damage Checks, genau. Genau. Oh. Aber du schwankst auch zwischen einfach richtig, richtig guten Würfeln und richtig, richtig schlechten Würfeln. Ja, ja, das ist so. Dazwischen machst du es nicht, oder? Nee. Drei Successes. Das heißt, so, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen. Das ist genauso hier auch so, so ein Paradebeispiel. Zwei Neuner, eine Acht und dann drei Einser. Ja, gut, dass die Einser nicht abgezogen werden. Also du hast drei Erfolge. Das ist der ideale Wurfschaden. Einser interessiert dich ja dabei nicht. Ja, aber das letzte Mal war ja auch drei Zehner dabei. Weißt du so, wenn ich es nicht brauche, dann ach man. Du setzt nach, dein Schlag trifft sie so am Kieferbereich, die Kopf ruckt herum, also ruckt wirklich herum, so um über 90 Grad und in einem nicht gesunden Maßstab und sie sackt erstmal zusammen, aber wie du weißt, und wie ihr bereits bemerkt habt, ist das beim Papier nicht immer ein endgültiges Signal. Aber der gute Mann vor Elia muss erstmal einen Bluspunkt einsetzen, um wieder auf die Beine zu kommen und versucht dich mit seinem schmalen Restpool trotzdem zu schlagen in wildem Zorn und verfehlt aber jämmerlich. Ist offensichtlich zu mitgenommen, dass sie sich gerade wieder ausrappelt. Das heißt, ich habe noch meine komplette Aktion. Deine Aktion ist noch da und prinzipiell ist sie noch an der Reihe, weil sie natürlich auch in seinem Bluspunkt wieder aufsteht. Ja gut, dann mach sie jetzt zuerst, das tangiert mich ja erstmal nicht. Ja, sie versucht jetzt nach der Fahne zu stechen und trifft. Du hast keine Verteidigungsaktion mehr, das heißt, ich habe Messer plus Körperkraft. Ihr Geschwindigkeitsaktion ist natürlich weg, weil sie das Blut braucht, um sich zu heilen. Aber sie hat einen extrem erfolgreichen Angriff, was ich gegen fünf tödliche Schaden verteidigen. Das waren fünf aus fünf. Fahne ich doch gar nicht mit Widerstand. Drei, ne? Du kannst, du musst trotzdem würfeln, weil es darum geht, wie viel Schaden du bekommst, weil, das werde ich dir gleich erklären. Ja, wahrscheinlich tot. Nee, du bist nicht tot. Du bist quasi außer Gefecht nicht fürs Erste. Das bedeutet, du darfst, du bist von, du bist gerade auch verwundet, richtig? Ja. Das heißt, du füllst jetzt quasi nach unten auf. Da vier Schaden durchkommen, du nur noch drei Felder hast, sorgst das quasi dafür, dass einer überspringt und die blauen Flecken wären zu schwer heilbarem Schaden. Du trägst dir also quasi bis außer Gefecht einen tödlichen Schaden, also X ein, und dann bei blauen Flecken endest du das X zu einem S. Oh. Richtig. Dann kommen wir zu war Ilya nicht noch dran? Ilyas Aktion, genau. Ich war gerade was immer am Nachdenken. Was möchtest du tun? Ja, ich gebe dem Jungen gleich mal eine mit. Mit dem Scharfschützengewehr entsprechend. Ich habe ja noch alle Würfel. Du hast noch deinen vollen Pool. Du stehst auch dich nicht auf kurze Distanz, weil er nach dir geschlagen hat. Das heißt, acht gegen vier. Ja, du möchtest auf den Kopf zielen, dann gegen sechs. Ja, dann lassen wir gleich gegen sechs machen. Was soll schon schief gehen? Hat ja schon mal funktioniert. Ist das jetzt Schuss drei? Das ist Schuss vier schon, oder? Ich hatte vorhin einmal abgebrochen, also beziehungsweise mich umgeändert. Also es jetzt ist Schuss drei gewesen. Okay, du hast übrigens vier Successes in jemals zu den drei, die da stehen und darfst dann die voll seinem Schaden an den man nicht mehr verteidigen darf. Das heißt, du hast, wenn es richtig ist, hier zwölf Schadenswürfel. Richtig. Dann Goffold. Zwölf. Beziehungsweise die Zehn zählte glaube ich doppelt. Ach, Entschuldigung, du hast recht, was ist deine Spezialisierung? Das war die Schuss. Das haben wir bei Stefano glaube ich auch vergessen. Also bei mir, ich hatte mich darauf committet, dass ich das Scharfschützen nehmen wollte. Das heißt, ich wirfe jetzt mal pauschal nochmal einen nach. Ja, die habe ich tatsächlich in deinen Notizen noch nicht eingetragen. Merke ich. Manipulation und Sportlichkeit sind da nur drin, aber ja, dann müssen wir das noch nachtragen. Okay, war eh egal. Entschuldigung, du wirfst keinen Nachwürf. Achso, ein Schadenswurf nach. Du hast zwei zusätzlich, du hast ja zwei Zehn gewürfelt, jeweils hast zwei Erfolge zählen. Du hast noch einen Nachwürf, bitte. Stimmt, ich habe in die Falsche geguckt. Das ist doch noch ein Erfolg, das heißt, fünf Schadenserfolge, das heißt, der Kopf schlägt einmal nach hinten. und rückt einmal kläblich nach hinten, schlägt quasi so am eigenen Hinterkopf auf, als da ein großes Loch in seiner Stirn prangt. Und wir kommen wieder zu Elodie. Du hast inzwischen ein Feuerzeug geholt, du kannst halt Papier anzünden, wahrscheinlich am ehesten, wenn du das möchtest. Ja. Dann möchtest du es hier anzünden, oder möchtest du zumindest in den Hauptraum zurückgehen, bevor du es anzündest? Natürlich in den Hauptraum. Okay, du nimmst also einen großen Stapel Papier und hoffst, dass du den einfach zum Brennen bringst. Tja, klar. Alles klar. Die Versicherung fürs Haus. Nee, jetzt wahrscheinlich irgendwelche Rechnungen und so ein Kram, den euer, äh, den Foni gemanagt hat. Ähm, ja, der La Sombra versucht jetzt noch einmal nach dir zu stechen, hat aber jetzt schon auch einen arg verringerten Pool. Nach mir? Nee, nach, oh, aber das ist sehr erfolgreich mit diesem arg verringerten Pool. Das sind zwei nette Erfolge gegen Elia. Der Arm, Elia. Ist das dieser Schattenmensch? Das ist ja eine neue Kampfrunde, ne? Ach nee, das ist der Junge, der Junge, der Schattenjunge. Der Junge, aber der hat vorher die Schatten beherrscht, ja. Aber, ja, der versucht jetzt. Ja, dann würde ich erst mal pauschal, ach, ich nutze mal fünf zur Verteidigung. Mhm. War normal gegen Sechsen, ne? Mhm. Ja, ausgebildet. Das reicht genau. Das heißt, du springst ein Stück zurück, tanzt unter dem Messer weg und er sticht wieder ins Leere. Ähm, und du bist auch in der Reihe. Same procedure as every round. Einmal bitte die Tentakel in seine Richtung. Sehr gerne. Dann Tentakel mal in seine Richtung. Weiß ich, ob es diesmal klappt. Ich befürchte schon fast nicht. War immer noch gegen Vieren, ne? Oder gegen Sechsen? Tentakel sind gegen Sechsen. Gegen Vier ist kurz Distanzschüsse. Und welches Tentakel? Es ist nicht zu fassen. Ähm, ja. Die Tentakel haschen wieder ins Leere und du kannst selber noch handeln oder in Handlung aufbewahren. Dein Restwürfel. den Rest bewahr ich erstmal vorsichtshalber aus. Auf. Äh, dann ist Katharina in der Reihe. Ja. Ich hab, ähm, bei meiner Waffe steht ja vier Schuss. Das heißt, wenn ich vier Schuss verschossen habe, müsste ich nachladen, ne? Oder kann ich durchschießen? Nein, nein, nein. Stopp. Schussfolge vier. Magazin 15 plus eins. Ach so. Du hast 16 Schuss. Äh, also 15 Schuss. Ach so. Okay. Das heißt, ich kann fröhlich weiterschießen. Von da, wo ich stehe. Du kannst fröhlich weiterschießen. Gut. Dann schieße ich nochmal auf dieses Zackending. Ungetüm. Weiterhin. Kurze Distanz. Sechs gegen Sechsen. Schuss auf den Kopf. Vermute ich. Oh, nicht 66. Moment. Das ist glücklicherweise auch nicht gecodet. Ja, ich ziele auf den Kopf. Also sechs. Wieso sechs? Nicht sechs. Ich habe doch gar nicht sechs. Nein, nein. Vier gegen sechs. Genau. Sechs ist der Mindestwurf. Darum ging es. Vier versus sechs. Genau. Ich versuche es nochmal. Das sieht äußerst erfolgreich aus. Ja, du darfst Schaden würfeln mit vier plus vier. Also acht. Vier nette Erfolge aus vier Würfeln. Vier plus Waffenschaden? Vier. Bei der Pistole. Ah ja, richtig. Ja, ja, ja. Also acht. Ah, rechnen. Der sieht auch recht erfolgreich aus. Ja. Das Viech streckt es wieder hin. Und diesmal beginnt ein langsamer, aber nicht zu verkennender Verfallsprozess. Verfallsprozess. Ich habe wieder beim Falschen eingetragen. Moment. Es ist absolut richtig. Trotzdem, was ich gesagt habe. Ich habe bloß beim Falschen den Schaden eingetragen. Ähm. Das, äh, der ist endgültig vernichtet, nachdem deine Kugel in deinem Kopf einschlägt. Und so halb diesen, mit dem Hals verwachsenen Kiefer, der sich die ganze Zeit immer so einer Schlangenartigen Art bewegt hat, äh, halb abgerissen hat. Äh, das heißt Stefanos an der Reihe. Ja. Möchtest du weiterprüfen? Warum? Achso, ich muss ja einen Blutspunkt dann ausgeben, ne? Ah ja, du kannst, Jim, du kannst auch genau wieder aufstehen. Du kannst jetzt quasi wieder auf, äh, verkrüppelt, heißt das, glaube ich. Das ist vielleicht nicht mehr in der Holztage ein angemessener Begriff, aber so heißt es im Regelwerk noch. Das heißt, du hast jetzt minus fünf auf deinen Pool, aber du stehst zumindest wieder. Ja. Du hast jetzt positiv der Frau vor, dir geht es nicht viel besser. Also es ist ein Liegend-Duell. Dann benutze ich den natürlich, den Blutspunkt. Zieh wieder auf. Und hast quasi jetzt noch in deinem Nahkampf-Pool fünf Würfel. Und wenn die mich... Wie viele Blutspunkte hast du eigentlich noch? Du hast doch schon... Ja, ich hab noch, äh, fünf Stück. Ähm, du hast jetzt gerade einen, äh, ihr habt einen, äh, eine Blutspende von Legend. Und Gary bekommen. Ja, aber der wird, ja, aber... Äh, mit dem Wort Blut für den Blutgott. Da ich, in dieser Story bin ich wahrscheinlich ich der Blutgott, aber es ist eher Blut für die Vampire, weil die brauchen das gerade dringend. Also eher Blut vom Blutgott. Es steht ja auch ein Tröpfchen für unsere armen Vampire. Ja, ja. Also nimm es gleich, nimm es gleich. Ähm, ja, dann, äh, möchtest du angreifen? Ich würde sie angreifen, ja. Voller Pool? Ja, macht uns ja keinen Sinn. Willst du den direkt gespendeten Bonusverdruck mitnehmen? Ja, komm, ich bin gierig heute. Ja, ja, hau raus. Mir geht schlecht und ich bin gierig. Dann, äh, hast du einen Sechser-Pool und darfst mir zuschlagen. Immer diese Gierlappen. Und sie muss schauen, ob sie es überhaupt übersteht. Nein, das, da versucht sie auch gar nicht, erst zu verteidigen, hat sie keine Chance. Das heißt, sie steckt ein und hofft, dass sie es irgendwie so gut übersteht, dass sie zurückstechen kann. Das heißt, du hast, äh, 4 plus 5 plus 1, 10, äh, Schadenswürfel plus einen Autoerfolg plus einen Schwerheilbaren. Ne, wobei, mach mal einen neuen Würfel, ich glaube, sie verteidigt sich doch jetzt gerade schon gewürfelt sogar. Den einen zieh ich ab, weil sie muss es versuchen, sonst ist sie ja gerade, da ist nicht mehr viel zu holen, ich glaube, sie hat trotzdem keine Chance, aber würfel gerne mal einen neuen Schadenswürfel. Da sind wieder drei Zehner dabei. Aber auch zwei Einser, also. Ja, also das, bei mir gibt's so. Oh Gott. Aber ihr sieht genauso aus, also ihr Widerstandswürfel mit zwei Einsen, ja. Aber, äh, ja, du rappelst dich auf, schlägst zu, deine Faust durchbricht ihr Gesicht, du schlägst irgendwo den Hinterkopf am Ende an deinen Fingern, als ihr Schädelwürfel nicht zerbringt und ihr Körper dann anfängt, sehr langsam zu altern und zu verfallen. Das stimmt wahrscheinlich. Aber, ähm, das heißt, Elodie kommt in den Raum mit Papier und einem Feuerzeug und von euren Feind steht nur noch ein Halbstarker. Mit einem Loch im Kopf. Finde ich gut. Möchtest du trotzdem mein Papier anzünden? Ja. Okay. Das schaffst du, dann heißt aber jetzt, ich hätte gerne von dir eine Röhrschrägprobe gegen sieben. Und von allen anderen gegen, äh, ich würd sagen fünf. Äh, das läuft, wir machen das jetzt nochmal auf Willenskraft. Äh, ich werd das demnächst ändern, weil ich jetzt tatsächlich erst vor kurzem festgestellt habe, dass die Regeln anders sind, als ich dachte, dass sie sind. Äh, aber das will ich nicht einfach entscheiden, wenn ihr noch nicht Zeit habt, darauf anzupassen. Das heißt, auf Willenskraft, alle gegen fünf, Elodie gegen sieben. Und dieses Wesen auch. Das heißt, ich kann nur zwei Würfel, Würfel werfen. Äh, nicht widerstandsfähig, sondern Willenskraft. Nein, Willenskraftwürfel werden, glaub ich, reduziert. Meint, ich würd's so handeln. Werden nicht reduziert. Ja. Achso, obwohl ich einen Willenskraftpunkt eingesetzt habe, kann ich aber den vollen Pool dann einsetzen. Genau, euer Wert ist nicht von eurem Pool abhängig. Der Pool ist quasi die Ressource, der Wert ist fix. Mhm. Elodie schafft es. Tja, na klar, ich bin die Krasseste. Das heißt, du hast jetzt brennendes Papier, du bist nur der letzte brennende Papier, wahrscheinlich fallen, war das doch zu nah, aber du bleibst zumindest nicht von dem Papier, was du gerade selber angezogen hast, weg. Ja. Hi, B. Ja, easy. Elia ist überhaupt nicht. Mich juckt das überhaupt nicht. Ich bin noch am Kampf. So, jetzt bin ich noch dran. Sechs. Gegen fünf, ne? Gegen fünf. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, auch Stefano. Bei Stefano, die wahrscheinlich überwürfen müssen, weil er im Treppenaufgang steht, aber ist auch komplett unbeeindruckt. Irgendwas muss ja klappen bei mir. Uiuiui, Alter. Raterina ist die Ruhe in Person. Raterina tritt das Feuer gleich wieder aus. Es könnte nicht die Gassler sein in diesem Moment. Okay. Das Feuer geht gleich von alleine aus, weil es so unbeeindruckt ist. Es hat Respekt einfach, das Feuer so. Alles klar. Ich trete gleich doch mit den Füßen drauf, um es auszulöschen. Finde ich gut. Nachdem es natürlich unseren Feind hoffentlich. Elia ist gar nicht dran. Erstmal ist der Lusambra dran. Und der versucht, weiterhin nach Elia zu stechen in wildem Wahn. Er wirkt auch nicht, als wäre der Herr in der Sinne. Und er trifft mit zwei netter Folgen. Entschuldigung. Ich würde sagen, ist das irgendwann... Dann nehmen wir wieder fünf. Mann, der Statistik. Für fünf ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du keinen Erfolg würfelst. Das hatten wir heute schon öfter. Aber dein Glück ist, dass der Lusambra definitiv nicht dabei war, weil er so ein mächtiger Messerstecher ist. Du darfst dich gegen drei Schadenserfolge verteidigen. Ich hätte gerne getauscht. Das war die Widerstandsfähigkeit. Genau, Widerstandsfähigkeit. Gegen sechs. Und drei Schaden kommen auf dich zu. Das heißt, du kriegst einen tödlichen Schaden. Und jetzt bist du auch in die Reihe. Jetzt musst du mir kurz sagen, was für ein Symbol das nochmal war. Das ist das X. Okay. Gut. Dann versuchen wir mal, ob alle gute Dinge vier sind. Dann sind ja auch schließlich vier Würfel gegen sechs. Das sieht besser aus. Du darfst auch nicht Schaden würfeln. Der hat keine Dinge mehr. Keine Handlung mehr. Der Schaden bei den Tentakeln erfolgt mit Körperkraft. Ach, das ist also Tentakelangriff. Entschuldigung. Das ist jetzt Tentakelangriff. Ich dachte, der kriegt den Tentakel. Würfel auf jeden Fall schon mal Körperkraft. Wieso hast du nicht ganz mit vier Würfeln gewürfelt? Dein Schattenspiel ist drei, oder? Aber du hattest vorhin was von Geschick gesagt. Ja, das Geschick des Tentakels entspricht deinem Schattenspiel. Ist egal, ist jetzt nicht schlimm. Ähm, hast du eh nicht gut gewürfelt. Du hast einen Scherl, also deine Stärke ist drei. Die Körperkraft, die Stärke ist auch in dem Text falsch, glaube ich. Äh, genau. Körperkraft drei. Vier, also vier Schadenswürfel hast du. Entschuldigung. Also dasselbe nochmal im Prinzip. Ja, es packt ihn und es würgt ihn. Hallo. Ach nee, das war Damage, ne? Ja. Drei. Three successes. Und was möchtest du selber tun? Ich hatte mal jetzt seinen vierten Schuss, deswegen war ich bei vier. Gerade. Ich überlege gerade, jetzt sind ja alle weg, ne? Bis auf den. Ja. Das würde ich erstmal einen Entspannten machen. Und, ähm, ihn dann vielleicht ausquetschen darüber, was die Absurdität dieses Angriffes hier soll. Ja, ich hätte gerne Willenskraftprobing sieben, weil sie haben dich alle gerade, haben euch körperlich eingegriffen. Ihr seid auch ziemlich unter Druck geraten. Du hast auch gesehen, dass deine Gefährten zumindest verletzt wurden. Ob du wirklich dich zusammenreißen kannst oder das Tier sich durchsetzt, aber es sieht gut aus. Ja, es sieht sehr gut aus. Ne, du hast keine Erregung, du kannst wirklich einfach quasi Waffe absetzen und deinen Tentakel das ihn wirken lassen. Äh, Katharina, was möchtest du tun? Ähm, Katharina steht erstmal ganz ruhig da. Äh, ich guck zu Elodie, was sie da so mit dem Feuer veranstaltet. Aber das, äh, sie hat die Zettel wahrscheinlich da in Richtung von diesem... Ja, sie hat so die Zettel quasi angezündet, doch kurz gehalten, bis möglichst viel brennt, dann nach vorne geschmissen. Da brennt jetzt auf dem Boden einiges an Papier. Ja, dann stell ich meine Aktion zurück. Ich guck mir das an. Ich möchte, also im Prinzip eine Person behalten, halte ich für eine schlaue Idee und, äh, sagt Elia, äh, ruf noch zu Elia, ähm, Wir brauchen Informationen und, ähm, gehe in Richtung Stefano. Also gehe zu Stefano, da er, ja, recht angeschlagen aussieht, aber ich gehe dann in seine Richtung. Was möchtest Stefano tun? Kommt drauf an, was, äh, Uli bei mir machen möchte. Erstmal kommt sie gerade... Ich komme nur auf dich zu. Ich habe Elia zugerufen, wir brauchen Informationen und, äh, gehe dann auf dich zu. Also ganz ruhig, auch entspannt. Also ich habe ja gar keinen Stress bis jetzt gehabt, muss ich sagen. Aus meiner Ecke. Ich sehe dich so auf wie einen Zulauf, so im, äh, Bürofrauenhaustritt. So ein Tick, 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 Tick. Ja, das ist ungefähr. Ähm. Wahrscheinlich, ich konnte ja hinter mir auch ziemlich viele Kampfgeräusche hören. Mhm. Du hast mitbekommen, dass er hinter dir auch einen Kampf getoppt hat. Ja. Und jetzt eher weniger mit dem Ruf, äh, wir brauchen noch Informationen. Ja. Es ist gerade relativ ruhig hinter dir. Dann würdest du mir zugestehen, zu erkennen, dass der Kampf vorbei ist, zumindest hinter mir. Ja, das würde ich, das kannst du ja schließen. Dann würde ich erstmal... Die Schlimmer hast du auch erkannt, das heißt, ihr habt nicht verloren. Okay. Yes. Zumindest nicht viele. Ähm. Dann würde ich erstmal meine Faust sauber machen und meinen Schlagring von den, äh, Gesichtsheilen befreien. Okay, ja. Ja, es ist, also, du bist wahrscheinlich auch deine Lebenserfahrung durchaus ein oder andere gewöhnt, aber es ist halt... Ja, ich hab schon... Ja. Und es... Mir geht's auch nicht gut. Also, Stefano. Ist das jetzt so eine, so eine Dinghandlung? Wenn es dir schlecht geht, erstmal deine Schlagringe von Gehirn säubern. Ja. Okay. Ähm. Äh, Elia, ich bräuchte einmal von dir für deinen Hentagel eine Probe auf Körperkraft, also mit drei Würfeln. Weil er sich zu befreien versucht. Okay. Nö. Äh, jetzt die andere Frage ist, soll der Hentagel loslassen, weil der Hentagel wird sonst weiter Schaden zufügen mit dem Würgen. Kannst du anscheinend loslassen oder machst du einen Schadenswurf mit vier? Der Hentagel ist nicht dafür gemacht, jemanden einfach nur festzuhalten. Naja, nö, er würgt ihn nochmal. Dann werde ich gerne vier Schadenswürfe. Kann ja währenddessen... Fragen stellen. Genau. Er muss ja nicht zwangsläufig antworten, er muss ja erstmal nur die Frage hören, beziehungsweise den Befehl, wer schickt euch? Die Frage kann er in der nächsten Runde beantworten. Tatsächlich nicht mehr, denn der Körper wird steif. Nicht vernichtet, aber in Starre. Oh, ja. Soll der Hentagel ihn weiterwirken? Ähm, nein. Okay, also dann fassen wir einmal die Situation zusammen. Ihr steht in eurem Saal, in dem in Wänden sind mehrere Einschlagslöcher von Kugeln, die teilweise auch durchwesend durch deine Wände eingeschlagen sind. Ähm, ich habe gerade keinen genauen Überblick, wie zugerichtet ihr seid. Ich glaube, Katharina ist nicht angekratzt. Ich glaube, äh... Nein. Lee hat einen Kratzer bekommen. Elodie und Stefano sind nicht so putzmunter. Ich bin gestümmelt, mehr oder weniger. Ich habe nur noch sechs Putzpunkte und Minus zwei, aber die erste Stufe. Das Einzige, was wir effektiv verloren haben, sind ein Stapel Papiere. Ja, genau. Da brennen immer noch einige Rechnungen, aber die brennen geradeaus. Es werden aber unschöne Brandflecken auf dem Boden bleiben. Ähm, die Hintertür liegt in eurem Flur. Ein Tisch ist erst mit drei Schüssen durchlöchert und ist auch irgendwo in den Raum gestoßen worden. In diesem Raum liegen zwei massige Gestalten, die Elodie als Slacht erkennt, die ihr einfach nur als Wesen erkennt. Wobei, ähm, Stefano durchaus erfahrbar mit solchen Dingen hat, auch wenn du sie nicht benennen kannst. Ähm, außerdem, äh, liegt ein, also ein Papier liegt jetzt am Boden, wenn eine Tentakel aufgehört haben, ihren Dienst zu tun. Die werden dir wahrscheinlich so langsam so in den Rauch zerfließen. Ich vermute mal, du hältst sie nicht aufrecht. Ähm, und auf der Tröppel liegt eine nur halbköpfige Frau, die langsam, ja, deren Körper langsam austrocknet, aber zumindest erhalten bleibt. Während der Körper, der mitten im Raum liegt, inzwischen, ja, ist so ein Skelett, über das sich leerige Haut spannt, wobei immer noch diese Knochendorn in alle Richtungen stehen. Ähm, na wunderbar. Das war ja mal ein Besuch. Ich merkte, Sabot, Puck. Ja, ist uns bewusst, ähm, was das unterschiedliche Verfall bedeutet? Ja, ihr wisst alle, dass Vampire, das habt ihr auch im Zweifelsfall, habt ihr euch damit auseinandergesetzt im Kontakt mit Mario. Je älter, desto langsamer wahrscheinlich. Genau, je älter, nein, je älter, nein, je älter, desto schneller der Verfall, desto weitergehend der Verfall. Also, wenn eine, wenn ein Vampir sehr, also, wenn du quasi gestern Nacht, oder diese Nacht, den Kuss, also diese Nacht aufgewacht bist, letzte Nacht den Kuss empfangen hast und getötet wirst, ist deine Leiche fast menschlich. Ah. Ach so, andersrum, genau, ja. Ja, wenn du, wenn du jetzt einen, ein, ein, theoretisch einen Vorsinnflutlichen vernichten würdest, abgesehen von, von dieser unfassbaren Macht, die freigesetzt wird, die wahrscheinlich wesentlich mehr Scherden anrichtet, würde dieser Leichner wahrscheinlich wirklich im Moment der Vernichtung zu bestenfalls noch Staub wahrscheinlich nicht mehr mehr das zerfallen. Wird sich wahrscheinlich seine Atomwürze da setzen. Äh, und dazwischen, es gibt halt die komplette Länge. Was die Leichner eigentlich zusammen haben, ist, dass es eher ein trockener Verfall ist, das sind jetzt nicht, dass die anfangen zu schimmeln und zu modern, sondern die verfallen eigentlich eher halt auf trockene Art und Weise, als hätte man sie halt ohne Flüssigkeit ausgelagert, was ja auch damit zusammenhängt, dass die meisten Vampire dann auch meistens kein Blut mehr in sich tragen, wenn sie vernichtet werden. Aber von dem aus ausgehend ist der, ist das Ungetüm in der Mitte des Raumes älter gewesen. Die Frau auf der Tröppe relativ jung als Vampirin. Und ja, der andere ist nur ein Starre, das heißt, da könnt ihr nichts zu sagen. Nicht einschätzen. Da ist eher die Frage, wann wacht er wieder auf? Tja. Gar nicht. Peng. Das steht dir offen. Nö. Ja. Elodie, was sollte die Aktion mit den Zetteln? Hallo, Feuer und so. Das tut Vampire in die Flucht, ja. Guck dir mal die Brandflecken an. Jetzt muss Katharina das auch noch mit auf die Rechnung setzen zur Ausbesserung. Wir hatten doch alles unter Kontrolle. Ja, ich zeig auch Stefano. Ich will den Weichschlagen zu lassen, das hat weh, wirklich. Wir haben nicht einen Kratzer abbekommen. Also früher hat das nicht so weh. Das ist voll die Fresse. Weil das eine Beleidigung war, oder? Jetzt ist das Fleisch für uns noch gegenseitig. Ey, du. Nein, das ist eine klare Feststellung. Stefano läuft noch und haut noch Elia eine in die. Was, du hast nichts abbekommen? Ich möchte nicht noch Elia hinterkommen. Stefano gehe ich davon aus, dass das noch nicht so viel ist, ja. Aber selbst in der jetzigen Verfassung ist Stefano aber durchaus eine Gefahr für Elia. Eben, deshalb ist es keine Beleidigung. Ich habe ja noch nicht meine Kräfte eingesetzt. Ähm, hier, wir sollten erstmal den Burschen da, also, er ist in Starre. Nicht, dass er uns gleich hier doch noch wieder aufschreckt, keine Ahnung. Also wisst ihr, das nächste Mal können wir die Rollen tauschen, ihr macht Fernkampf, ihr macht Nahkampf, perfekt. Elodie, wir sollten dir so eine Waffe besorgen. Und Elodie, du hast da eine Rippe, die dir raushängt. Und ich zeichne so meine Pistole. Ich kenne mich mit solchen neumodischen Sachen nicht aus. Aber so Dinger, die Stefano hat, hätte ich gern. Die sind cool auch. Kurze Anmerkung, du kennst natürlich auch schon Pistole. Halt nicht in der Form, aber die Ähnlichkeit ist doch zu erkennen. Ja, aber nicht mit so neumodischen. Das stimmt, du hast eher so mit deinem Schlag. Ne, und nicht mal das. Das waren auch die, die mal gestopft. Den Schlagring kann ich dir geben, aber der hier ist Einzelstück. Ich nehme auch den. Gut, dann lasst uns erstmal den Müll rausbringen. Wo ist Tony? Das ist eine gute Frage. Tony Maroni. Das stimmt, ich wusste auch nicht. Er hat sich hoffentlich gut versteckt. Oder er war im römischen Bad und hat nichts mitbekommen. Das ist ja noch nicht fertig. Na ja, deshalb, er hat gearbeitet. Im Tunnel. War da was? Ach. Hast du wohl fast zu Fleisch gemacht? Ach, trainieren. Nein, aber... Was siehst du denn aus? Jetzt mal hier, ähm... Also... Wie machen wir den unschädlich, dass der da erstmal nicht hier... Was weiß ich, was Stress anfängt? Naja, der könnte jetzt erstmal... Nichts tun. Einige Zeit schlafen. Wir fesseln ihn und setzen Stefano drauf. Nein, natürlich nicht. Ein paar Tage, vielleicht sogar mehrere Wochen. Der ist ziemlich hinüber. Wir sollten ihn in einen... Wir könnten ihn ja auch einfach, äh, in, 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 in so, 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 keine Ahnung, in unseren Tunnelbämm verkraben, ja, so. Nein. Ein Fundament benutzen. Puh. Gut, wir konnten ihn einbuddeln und nur noch mit dem Kopf rausgucken lassen. Ziemlich perfide Strategie, könnte aber funktionieren. Ihr seid ja gemalt. Vor allen Dingen tagsüber wird's der Kracher. Herzlose Bande seid ihr. Äh, Elodie, dir ist auch bewusst, dass er in hoher Wahrscheinlichkeit kein Blut mehr in sich trägt, das heißt, von selbst wird er eh nicht mehr, äh, aufwachen. Ah, okay. Die Frage ist nur, wenn ihr ihm zu Blut zuführt, wisst ihr nicht, wann ihr es quasi könnt, damit er aufwacht, weil vorerst wäre er trotzdem starre, weil es quasi der Körper jetzt erstmal in starre befindet. Das kann Wochen, Monate, Jahre dauern, je nachdem, wie alt, äh, wie, 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 wie es mit seinem Pfad stellt ist. Also daher... Das heißt, er hat jetzt eine Trophäe. Da er in Stache verfallen ist, wird er jetzt erstmal nicht aufwachen. Wir müssten ihm Blut dafür geben. Ja gut, dann können wir ihn ja irgendwo hinlegen. Dann lassen wir ihn jetzt mal liegen. Ohne ihn einzubuddeln. Theoretisch könnt ihr ihm auch Blut zuführen, um ein Blutsband aufzubauen. Von eurem Blut quasi, regelmäßig. Dann kann er unser Lakae sein. Wenn er irgendwann aufwacht. Ich würde erstmal gerne von ihm am Anfang wissen, warum er uns angegriffen hat mit seiner Bande und eben nicht direkt zu unserem Lakaein machen. Naja, da müssen wir ihn trotzdem Blut geben. Aber brauchen die überhaupt für irgendwas einen Grund? Aber wir können ihm ja auch Menschenblut geben, das geht ja auch. Nun, ähm... Lass uns trotzdem erstmal hier aufräumen und es einigermaßen wiederherrichten, wie es zuvor war. Das ist nichtsdestotrotz ein merkwürdiger Zufall. Wir werden hier festgesetzt und schon kommt der Sabbat an und greift uns an, oder was? Wir wissen es nicht genau, ob es der Sabbat war. Es könnte sein. Sieht vielleicht sogar alles danach aus, aber vielleicht soll es das auch nur. Wenn das nicht Sabbat ist, dann bist du kein La Sombra. Nun gut, lasst uns das hier einsammeln und danach über unsere Option beratschlagen, wie wir nun weiterverfahren. Das Problem ist, wir sitzen hier eigentlich fest. Wenn es nach dem Prinzen geht, sitzen wir hier weiterhin fest, bis wir neue Anweisungen bekommen. Und deswegen, Toni, bringen wir erstmal was zu trinken. Toni? Toni guckt auf dem Büro und kommt dann auf dich zu, weil was anderes zu trinken ist gerade nicht vor Ort. Ja, ist dann cool. Ja, da trinke ich von ihm. Alles klar. Wie viel möchtest du ihm nehmen? Was war's? Zwei Punkte waren ja okay bei mir, ne? Dann ist er jetzt, also er ist ein Ghoul, deswegen kann er das wegstecken, aber er wird auf jeden Fall eine ganze Weile eingeschränkt arbeiten. Ja, aber es ist mir egal. Ich bin saustig. Ja, aber Toni muss ausbaden. Gib mir bitte einen Willenskraftwurf, ob du auch nach zwei Blutspunkten aufhörst. Mhm. Dann kommt der Patzer und ich saug meinen Ghoul aus. Was euch anderen auffällt, weil es natürlich jetzt sehr öffentlich stattfindet, ist, dass, ihr kennt es, dass die Seeltskinder, die sterblichen Menschen in euren Armen quasi, nicht schlafen werden, ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt nachgeben, sich dem hingeben, sobald ihr einmal angefangen habt zu beißen. Man sieht Toni an, dass er mit aller Kraft dagegen kämpft, nicht zu schreien oder etwas derartiges, aber man sieht den Schmerz, der auf seinem Gesicht steht. Und es ist auch eher ein, der Kuss ansonsten eher was fast schon Intimes, fast in seiner Gewalt irgendwie trotzdem etwas sanftes Hass, ist das hier pure Bestialität. Auch bei Toni bleiben keine Spuren auf dem Halt, auch wenn er zusammensackt und sich erstmal an der nächsten Säule abstützt, um nicht zu stürzen. Sieht man, also es ist während der Kuss, auch wenn er nur ein paar Sekunden anhält, ist es einfach ein wesentlich brachialeres Anöver. Der arme Toni-Machung. Das gucke ich mir nicht allzu lange an, wenn du mich dann in den Sekunden auch ab... Das dauert auch nicht allzu lange, also das... Ich gucke mir das ganz genau an, aber... Ich gehe nach oben und hole die Frau ins Untergeschoss, ins Erdgeschoss. Nee. Es ist okay, mach. Ja, sie ist auf halber Höhe, das heißt, du kommst ins Erdgeschoss. Die Treppe runter. Ich schleife sie die Treppe runter. Mhm. Und ich stecke die Waffe ein. Ihre. Ja. Also die Schusswaffe, nicht die andere. Ja, es ist eine schwere Pistole. Hat sie noch Blut? Äh, nein. Dann wäre sie nicht vernichtet. Achso, ich hätte sonst was getrunken, ja. Dann hast du was von meinem Schlagring pulen. Danke, nein. Na, auch da ist überraschend wenig Blut dran, weil Vampire wenig Blut verlieren bei Verletzungen. Die Monster? Kann ich bitte auch so ein super cooles Schlagring sagen? Dankeschön. Elodie, wir werden Schusswaffen üben. Du siehst es an mir und Ilia. Sich den Feind vom Leib aus der Distanz erstmal fernzuhalten und Schaden zuzufügen, ist sehr effektiv heutzutage. Schusswaffen belastet nur. Ja, bei mir auch. Feiglinge? Ich denke, Julie, war noch jemanden? Ja, also so roboterisch. Ja, genau. Okay. Robo, Julie. Also bei mir nicht, komisch. Okay. Ja, es ist nur im Discord. Also soll ich arg los so ein bisschen? Tschüss, Julie. So, besser? Ja. Ja. Das war die Discord-Verbindung einfach nur. Ja, okay. Aber ich war mir nicht sicher, ob es vielleicht noch uns liegt, dass irgendwie bei uns die Ding... Äh, es... Ich war mir auch gerade nicht sicher. Ja. Ah, okay. Entschuldigung. Ich wollte euch aber nicht so unterbrechen, aber es war... Also wenn ich jetzt meine Tochter gewesen wäre, hätte ich sie für die Bemerkung auf ihr Zimmer geschickt, ja? Puh. Ist sie aber Gott sei Dank nicht. Ja, nein, also... Zum einen müssen wir diese Sauerei hier wegräumen. Dann schleife ich die Frau energisch nur hinter mir her. Früher oder später legen wir uns in Schlaf und, äh, ganz ehrlich, Toni schaut nicht dann nach Haus, als ob er das hier alles ausbaden könnte, wenn, wer weiß, hier tagsüber vorbeikommt. Und, äh... Ich kann mich darum kümmern, dass morgens Leute kommen, die keine Fragen stellen. Bis dahin sind die beiden auch, glaube ich, nicht mehr viel übrig. Sehr gut. Auf jeden Fall lasse ich den Namen Giovanni fallen und erzähle irgendwas von der Cosa Nostra oder so. Gut. Wir müssen auf jeden Fall hier die Spuren beseitigen, dass hier nichts mehr zu sehen ist und dann müssen wir hier mal ein bisschen was abklären, denn, ähm, ich möchte hier nicht wie eine Maus in der Falle sitzen und darauf warten, dass nächste Nacht wieder noch einer vorbeikommt und noch jemand und noch jemand. Es ist jetzt ungefähr drei. Ihr habt noch einige Stunden Nachtzeit. So zwei, drei Stunden sicher. Bei Kain und all seinen Kindern. Wer hat diesen Fleck hier gemacht? Ich seh jetzt den Brandfleck. Oh Mann. Schill halt mal. Oh. Gott, umgestoßene Kerzen, das lässt sich ja noch mal nicht erklären, solange wir die Sauerei hier wegkriegen. Toni. Toten ist Feuer in einem Haus. Nimm dir einen Drink. Du schaust furchtbar aus. Hallo. Immerhin hab ich was getan. Außer mich kaputt hauen zu lassen. Wir sollten auf jeden Fall jetzt hier was unternehmen. Toni ruht sich jetzt noch ein bisschen aus, damit er tagsüber auch hier klarkommt. Wie gesagt, nimm dir einen Drink und. Ich dachte, wir haben nichts da, außer Toni. Toni Maroni. Da werden doch irgendwelche Sachen für Toni stehen. Toni soll sich einen Drink nehmen, nicht Elodie. Toni hat sich schon hingesetzt, nickt schwach und scheint gerade noch durchzuatmen. Schauen wir mal den armen Toni aus dem Spiel lassen. Ja, deshalb, ja. Der kann doch jetzt hier diese ganze Sauerei wegmachen. Mein Leben. Das schneit auch nie. Ja, die da ist ja auch gerade schön. Ja. Was ja auch okay ist. Elodie, Stefano, ihr seht auch nicht so gut aus. Ach. Da fühl ich mich auch nicht. Ihr könnt natürlich jetzt außerhalb des Kampfes quasi Blut 1 zu 1, also heilen gegen Blutspunkte. Das ist eins, was du nicht sofort heilen kannst, der schwer heilbare Schaden. Nee, ich möchte jetzt nichts heilen. Aber ich glaube, ich wäre dann ziemlich weit unten. Ja, relevant wird es ab hier abwärts, äh, hast du, also hast du quasi wirklich aktiv nochmal, also regeltechnisch nochmal Hunger. Das heißt, ab dann ist zum Beispiel eine Blutriechs-Wedenskraft erfordert. Ich möchte nicht rasant werden. Und ich bin sehr hohrig, gleich. Also wenn ich auf vier runter bin, wird rasant, hast du ja gesagt. Ab vier kannst du in, äh, quasi Raserei aus Hunger verfallen, ja. Aber es braucht schon einen Trigger. Passiert jetzt nicht einfach so. Aber wenn zum Beispiel, keine Ahnung, du in einem Club dich an einem pulsierenden Hals vorbeischiebst, könnte das eine schwache Probe fordern, wenn du irgendwo Blut riechst oder gar schmeckst, dementsprechend schwieriger. Vielleicht zumindest die zwei, die ich jetzt gekriegt habe, benutzen. Wie gesagt, da seid ihr vollkommen frei. Das Einzige, wo wir nochmal darüber reden müssen, ist ein schwer heilbarer Punkt. Den kannst du nämlich nur während der Tagesruhe heilen. Im Verhältnis 1 zu 5. Also fünf Blutspunkte für einen Punkt. Eieiei. Ich habe währenddessen alle Vernichteten oder Toten, wie auch immer, mal auf den Haufen zusammen gesammelt und den Jungen irgendwie erstmal beiseite gelegt. Du meinst inklusive der beiden Sachen? Genau, der beiden dicken Sachen. Die zerfallen nicht, oder? Nein, die zerfallen nicht. Das sind ganz normale. Das sind halt immer noch, also die ändern sich auch nicht, weil die haben weiterhin diesen tonnenförmigen Körper. Diese Schultern, den Kopf, der zwischen die Schultern gerückt ist, ist alles sehr massiv. Aber die sind quasi normale... Richtige Leichen. Und die sind auch definitiv tot. Da kann auch nichts passieren. Ja, die bluten auch. Ach du Schande, die hinterlassen jetzt auch noch hier noch eine Mehrsauerei. Nein, na, prima. Äh. Prima. Mit Hitrona geht das aus. Aber trinken kann man die nicht, ne? Nee, da ist natürlich das Problem, dass es Gude sind. Das heißt, wenn sie zu diesem Chimisch gehören, ist es nicht schlimm, weil er vernichtet ist. Aber ansonsten wäre es theoretisch ein Blutsband zu dem Besitzer der Gude. Das andere ist, ihr habt die so durchlöchert, da ist nicht mehr viel zu holen. Die sind ausgeblutet im Rest des Kampfes. Ich möchte nicht mit irgendjemandem Blut... Oh, Ilea, lass uns die Sauerei weg. Wohin mit den Gulen irgendwo? Erstmal in den Keller. Und dann... Ja, da wo sie nicht den Mahagoni-Boden vollsauen. Ja. Und von den Vampiren, wenn da nicht so viel übrig bleiben wird, dann wunderbar. Ihn hier schleppen wir auch irgendwo unten in einen Raum und... Ja. Schließen die dann am besten irgendwo... Ja. Wir brauchen so einen Kerker ein. Wir brauchen einen Kerker. Ähm... Wichtig. Jedes Elysium braucht einen Kerker. Irgendwo zwischen... Und im Tunnel lässt sich bestimmt noch einen Kerker einbauen, hä? Wir haben doch so einen großen Vier-Mann-Safe. Da können wir ihn doch reinstecken. Da passiert nicht viel. Er ist ja erstmal außer Gefecht. So, und dann räumen wir die Sauerei hier auf. Nur was machen wir jetzt? Das Problem ist, wenn du bei dem geheimen Ausgang den Kerker reinbaust, dann wenn der dort ausbricht, ist er auch aus dem geheimen Ausgang raus. Ja. Sofern er sich in die richtige Richtung orientiert. Ich bin ehrlich, ich hab aktuell nicht viel Anhaltspunkte, was wir jetzt... ...wirklich erfahren sollten, außer wenn wir ihm Blut zuführen und hoffen, dass er irgendwann wieder erwacht. Aber das kann, wie Elodie schon sagte, Tage dauern, Wochen. Ich will es gar nicht so genau einschätzen. Und so lange sitzen wir hier fest und können nichts machen. Außer die Schäden reparieren. Stefano, glaubst du, dass der Prinz uns jemanden auf den Hals hetzen würde, während er uns hier festgesetzt hat? Warum sollte er uns dann überhaupt das Elysium geben? Er hat uns gegeben, er kann es uns auch wieder nehmen. Dann würde er es uns einfach nehmen und ich den Sabber da auf den Hals setzen und ich spucke auf den Boden. Am besten auf den Fleck, weil dann kann ich ihn nicht noch mehr dreckig machen. Oh Mann. Ich vermute, du machst nur die Geste spuckens, weil spucken wirst du eine Mensch die Hand und das wäre ein Blutspunkt. Wenn sie das wert ist, ist das natürlich trotzdem... Nein. Habe ich da Blut gehört? Gib mir Blut! Toni? Sag euch alle aus. Also, Katharina und Elia sehen auch sehr frisch aus. Ich glaube es auch nicht, dass das... Naja. Papa la papp. Möchte jemand jetzt aus der Kampagne aussteigen, dann könnte ich die ablirieren. Aber glaubt ihr nur, nur weil der Lietzschnik tot ist, dass wir uns ihn gleich zum Totfall gemacht hätten, das glaube ich auch nicht. Aber... Was wir uns stellen müssen ist, warum weiß der Sabbat, dass wir aktuell hier vorzufinden sind? Ich meine, der Sabbat geht vielleicht etwas willkürlich vor, allerdings sicherlich nicht kontrolliert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich einfach heute gedacht haben, ach, spazieren wir mal in irgendein Elysium und machen da mal ein bisschen was kaputt. Und das wirkt mir schon für ein... das wäre ein viel zu großer Zufall. Zumal wir zwar einen brüchigen, aber doch ein Friedensabkommen haben zur Zeit hier. Und... Das bricht das. So richtig was am Hut mit denen hatten wir... noch nicht. Gut, ich hab mal einen von denen ausgeschaltet, aber... das können die mir doch nun wirklich nicht übel genommen haben. Hm. Das Sabbat, was erwartest du? Das Sabbat kann alles übeln. Das ist auch nicht so gut, wenn man Leute von mir ausschaltet. Hm. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir müssten den ganzen Tag warten, außer... Wir widersetzen uns der Anweisung des Prinzen und ich zeige auf Stefano, da hat wahrscheinlich zumindest er etwas gegen. Ähm. Von daher... Und suchen wir den Prinzen auf? Ich hab nichts dagegen. Freie... Nun. Ich würde nicht vorschlagen, dass wir zwangsläufig den Prinzen aufsuchen, ihn darüber zu informieren, was hier passiert. Das ist sicherlich kein... Keine schlechte Idee, aber... Also, ich würde es Stefano offen stellen, weil die Pflichterfüllung ja noch wichtiger ist. Ob... also es ist ein bisschen die Abschätzung, ob du sagst, ist es wichtig, dass der Prinz das schnellstmöglich erfährt, dann ist es legitim, wenn ihr selbst geht und dann aber auch nur um den Prinzen zu informieren. Alternativ ist natürlich die Option, wenn du sagst, es ist nicht dringend, aber es muss nicht schnell passieren, dass du Toni schickst. Der wird allerdings momentan seine aktuelle Verfassung etwas brauchen und sollte nicht Auto fahren. Ach, Toni, du süßer Mann. Können wir denn irgendjemanden anrufen? Ein Telefonjoker. Ihr könnt auch jemanden anrufen, aber ihr habt wahrscheinlich äußerst wenige vampirische Kontakte in euren Handys, da Handys in der Camarilla ja eigentlich geächtet sind. Ach, was da... Also ideal, ihr habt ja eh kein Handy. Es kommt ja mal wieder unser Nachbar von den Nosferatu vorbei. Haben wir denen seine Nummer eigentlich? Caprio hat euch... Hat er euch eine Nummer gegeben? Ich bin mir grad nicht. Da braucht ihr so ein Schnurtelefon unten in den Gully rein. Ihr habt wahrscheinlich mit Caprio eher so einen toten Briefkasten, wo ihr Sachen hinterlassen könnt, wenn ihr mit dem... Oh, Caprioli! Jochi, Jochi! Gut, es stellt sich jetzt die Frage, wir können zum einen eine Nachricht an den Prinzen schicken, dass wir dringend mit ihm persönlich sprechen müssen, denn ungern beschreibe ich diese Dinge hier. Oder wir wagen es, ihn heute Nacht nach aufzusuchen. Also tut, was ihr wollt, aber ich möchte da nicht nochmal zwangsläufig hin und mich nochmal dem Ganzen widersetzen. Der Prinz ist für mich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite führen wir das aus, was er sagt, auf der anderen Seite... missachtet er uns dafür und sperrt uns hier in unserem eigenen Elysium ein. Ihr könnt ihn gerne informieren auf dem kurzen Dienstweg, aber mich holt hier nichts aus dem Haus und ich zeige nochmal auf die Leute, die da mittlerweile auf dem Haufen liegen. Ja, ich möchte... Müsst ihr aber auch bedenken, dass ihr nicht gerade sehr respektvoll mit ihnen umgegangen seid, dass er der Prinz hier ist. Ich habe eine 1A-Berichterstattung vorgebracht und Katharina hat nur... Ach, davon wollen wir jetzt nicht wieder anfangen. Ach man... Ilia, wenn wir jetzt mal deine Gefühle beiseite legen, so ist es... Nur mal, wenn man die Fakten betrachtet, ganz in seinem Sinne haben wir den Auftrag nicht durchgeführt, denn... Tja, wir hatten zwei Informationen, dass ihr... Die Vampire es dahin rafft. Ähm... Aus welchen Gründen auch immer, aber auch... Sein Kontakt... Ist halt leider gestorben. Gut. Gut, das stand nicht in der Stellenbeschreibung. Er hat gesagt, wir müssen sie in die Eichte dort abbringen. Haben wir gemacht. Ja, nur, dass wir doch... Naja, lassen wir mal das Thema. Es ist, wie es ist. Wir müssen wissen, was wir jetzt entscheiden und nicht wieder... Falsch entschieden haben wir uns ja nun gar nicht. Das sieht Katharina ja absolut nicht ein. Hätten wir uns falsch entschieden, würden wir nicht mehr leben. So ist es. Hat Ilia eigentlich seinen Schlüssel behalten beim Prinzen? Nee, dem Schlüssel und Diktiergerät, ja. Ja. Wollen wir sicher gehen. Ich habe mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen hatten. Es kann sein, dass du so einem selbst entfelderst, aber dem Charakter wird es nicht entfallen in der Situation. Deswegen hätte ich es sonst offengestellt, dass sie ihn abgegeben haben. Nee, er hat so abgegeben, ne? Nee, ich habe nichts abgegeben. Du hast dein... Dein Kettchen da abgegeben oder was auch immer. Du hast nach wie vor dein Schlüssel und Diktiergerät. Ja, genau. Diktiergerät wusste ich, aber mit dem Schlüssel war ich mir nicht mehr sicher. Alles bei mir geblieben. Finde ich gut so. Ja. Da sind wir uns einig. Wir wollen die PvP regeln. Ihr habt gerade quasi PvP gemacht. Das sind ja Vampire. I'm a friendly fire, Mister. Ach so. Nun. Das wurde nicht mit mir abgesprochen. Der Prinz hat... Also wie gesagt, ich bin da raus. Wenn ihr dort hingehen wollt, gerne. Aber ich bleibe hier. Ich bleibe auch hier. Wir müssen auf das Elysium aufpassen, wenn hier einfach so Vampire reinstecken. Einer muss ja auch hier noch aufräumen und aufpassen, dass Toni nicht noch schwächer wird. Mir geht's gut. Ich brauche nur eine kurze Pause. Hat ja der Prinz nicht gesagt, dass er uns Blutpupen schenkt? Er hat nicht gesagt, wann. Es waren die vielleicht. Ich glaube nicht. Er hat nicht erwähnt, dass sie auf Steroide sind, ja. Toni, fühlst du dich in der Verfassung, einen Bruttengang zu machen? Das ist ja selbstverständlich. Nein, nein. Du weißt, dass Toni das auch sagen würde, wenn beide Schienbeine gebrochen wären. Aber er steht. Er fährt jetzt nicht. Er wird es auch schaffen. Er dauert halt länger, als es normalerweise dauert. Und du musst entscheiden, wie dringlich ihm das vermitteln. Weil er wird sich ins Auto setzen, wenn du sagst, das sollte schnell und dringend passieren. Und das wäre gerade nicht vernünftig in seiner Verfassung. Und das weiß ich auch, dass er nicht Auto fahren sollte. Er hat halt im Endeffekt gerade die vierfache Menge Blut gespendet. Ja. Arme Toni. Also nein, er hat nicht die vierfache Menge Blutverlust geht tatsächlich, aber von der Verletzung her. Er hat gerade noch eine schwere Verletzung erlitten, die er noch verkraften muss. Aber er würde den Weg schon schaffen, wenn ihm sagst du, da hingehen, dann nimmt er sich ein Taxi oder fährt mit einem öffentlichen Verkehrsmitteln. Nimm mir ein Taxi und dann berichtet er in Printen davon. Natürlich, Herr Jorani. Vorsichtig. Er bringt sich vielleicht vor und bei vorsichtig, er ist kurz unsicher, ob er jetzt die Vordertür die Hintergrund nutzt. Ich glaube, vorne drauf ist besser, es sind mehr Leute unterwegs. Die hintere Tür liegt doch auch irgendwo, oder nicht? Oder ist sie nicht kaputt? Ja, aber du kannst jetzt halt rausgehen. Das ist wieder so schöne Nachtluft hinein. Das mag ich ja gar nicht. Überdeckst du ein bisschen den Brandgeruch und diesen Geruch nach Überresten. Ja, Toni stapft los. Wir sollten Toni einen Brief von uns mitgeben. Aber ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Toni bleibt stehen. Toni laupt weiter. Toni geht weiter. Armer Toni, ey. Nicht Toni. Könnt ihr mal mit dem besser umgehen. Ich würde ihn natürlich sagen, dass er sich halt aus Sicherheitsgründen Zeit nehmen soll, dort gut anzukommen. Aber sobald er eine Antwort hat und aus dem Elysium draußen ist, also beim Prinzen mich anrufen soll, um gleich die Infos weitergeben zu können. Ja. Toni so zu kennen. Ach ja, vielleicht sollten wir auch gleich darum bitten, dass entweder wir raus können oder jemand vom Prinzen hier hinkommt, mit dem wir auch vertrauenswürdig reden können. Und Essen. Essen brauch ich auch trinken. Ja, richtig. Wir brauchen Essen. Dringend. Und eine neue Tür. Toni, fahrt zum McDonalds. Aber wir halten uns brav an die Anweisung. Wunderbar. Bringt was zu trinken mit. Also wir haben drei Uhr morgens die Wahrscheinlichkeit, dass bei McDonalds eine Gruppe Raver trifft und denen sagt, da ist eine geheime Party, die sich anschleppt. Ist tatsächlich, ist erfolgsversprechend. Die Frage ist nur, was macht ihr mit einem Raver, nachdem ihr getrunken habt? Wegschmeißen. Na auf den Haufen zu den anderen. Pulli. Alle ab, was zu essen oder so. Treibendes Lagerfall. Ja, könntest du glauben, dass Zabrat hatte normale Menschen dabei. Ich würde sagen, mit der Vogelperspektive auf Toni, der sich unter ein paar Bäumen versteckt, wartet, bis gerade mal niemand da ist und sich auf die Straße begibt, um sich dann einfach in die Fußgänger einzureihen, bevor er sich ein Taxi ruft in einiger Entfernung, um da keine Verbindung herzustellen. Verlassen wir Zagreb für diesen Abend. Und ich danke euch für die Teilhabe an diesem etwas langen, aber ersten Kampf für euch, der aber durchaus schon erfordernd war. Viel zu lernen, wir haben noch. Da es unser erster Kampf war, musste ja auch jeder erst einmal noch gucken und überlegen. Ja, das wird auch zukunftsflüssiger und es ist auch jener, die Kämpfe werden auch mit steigenden Fähigkeiten explosiver. Ja, wenn ihr aber bei YouTube das nachgeschaut habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben oder auch, falls ihr dies nicht getan habt, ein Follow da und bekommt dann natürlich immer eine neue Nachricht, wenn die Videos online sind. Zur Zeit sieht es ganz gut aus, dass jeden Sonntag eine neue Folge rauskommt. Kann sein, dass dies sollte unser Spiel hier oder da mal ausfallen oder unterbrochen werden. Wir dann natürlich nicht wöchentlich eine Folge irgendwann bringen können, wenn wir mal auf dem aktuellen Stand sind. Momentan haben wir noch vier Folgen sozusagen als Guthaben zwischen Live und YouTube. Ähm, bis dahin sage ich mal. Ah. Tschüss. Tschaui. Tschüss. 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 Vielen Dank.